einen wunderschönen guten abend schön dass ihr da seid herzlich willkommen zum halloween spezial stream audio läuft audio läuft sauber genau herzlich willkommen ihr lieben wir spielen heute dead by daylight ungefähr zwei stunden plus minus und dann gibt es noch witch dem anschluss bei mir heute was dead by daylight angeht der gute kummer keks more bags und nein danke hallo ihr lieben hallo schön dass er schön dass er mitmacht dass er so spontan euch hier ja ja wir werden doch bezahlt na was was nein bezahlung dass das ok level 41 alles klar man steht nur ich weiß nicht was ist aber es ist hier nur der charakter irgendwie okay koma keks mehr guter habe ich dich bei steam oder kannst du über las reinkommen über las ja perfekt easy so also ist heute mein erstes mal dead by daylight ich habe die intros gespielt also die tutorials klar die hälfte schon wieder vergessen aber wir schauen mal die erste frage wenn wir jetzt bereit machen und rechtsbereit machen okay und wir sind dann jetzt alle auch nur survivor wir sind jetzt nicht irgendwie okay und wenn wir custom game machen würden dann könnte einer von uns killer sein ne ok aber es ist ein bisschen unbalanced wenn man nur drei survivor hat und einen killer oder aus außer ich bin der killer es deckt sich dann runter ist wenn drei zu weiber sind dann sind automatisch auch nur vier generatoren zu machen glaube ich okay das ist nice weil dann würde ich dir sagen können wir das nämlich auch noch mal ein bisschen hier killer seite zeige was hier so abgeht in dem game also erst mal erst mal die frage den selben charakter kann man nicht zweimal spielen oder doch ok nice weil ich mag bilden aus live for the end deswegen und dann ja oder das und dann die frage dieses blood web ding lohnt sich oder kann man einfach kaufen ja genau das ist einfach hier so investieren einfach mal gönnen okay gönne ich mir einfach so zack bilder abgegradet und so gibt's level okay dann können wir suchen ja aber ich muss erstmal gucken ist es ist alles neu alles ich muss mal kurz meine freundin gucken und mir wahrscheinlich nicht den pizza schnoren oh ja gönn die mir gut aber kann schon suchen dann ist naja ich 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 muss ich muss jetzt mal gucken die sachen die sachen die ich freigeschaltet habe muss ich erstmal hier weil ich ich kann ja hier ich muss ja so ein bisschen was muss ich mir gönnen ich meine das spiel war so nett keine ahnung 666.666 punkte ich muss jetzt hier nicht drei stunden durchgehen das ist not bad mir würde ich da einen zweiten perk nehme und dann ab geht die luci so guck mal weil jetzt nehme ich mir noch was rein was genau das tut ja das guck mal hier so ja ich helfe den leuten guardian und dann haben wir noch mal butterfly tape schroo whatever passt schon ich würde auf die fresse kriegen läuft ready ach nee wir sind ja ein team ha wenn dann kriegen wir zusammen auf die fresse ist alles cool wir können dich auch durchlassen achso wir opfern dich einfach so ist das so läuft das hier ja okay du musst übrigens deine perks ja das doch noch ausführen ne deine perks habe ich nicht gerade du kannst welche freischalten aber hier load und ja ja genau die habe ich schon habe ich schon ich habe guardian und ich habe unbreakable genau sonst muss ich nichts machen oder sonst muss ich glaube ich nichts machen ach komm mal keks nice danke dir mein guter sehr gerne ja sehr nice äh hast du perfekt gefollowed er ist mir direkt gefollowed richtig guter man richtig guter man ähm genau ihr lieben heute gibt es vier stunden action äh normalerweise sonntag nur zwei aber weil heute halloween ist dann gönnt man sich mal vier stunden stream äh wir werden jetzt so zwei gute stündchen werden wir jetzt dead by daylight zocken und danach wenn ihr noch bock habt wechseln wir zu widget rüber da haben sich auch schon ein paar leute eingeladen äh skater und zähmen guter für sechs euro kannst du snacken wenn du willst das ist das ist äh prop hunt das ist äh hexen gegen halt die jäger richtig süßes prop hunt game äh je mehr desto besser wir haben schon eigentlich relativ viele leute die das haben mal gucken wie viele uns dann letztendlich joinen äh richtig gut gemacht macht auf jeden fall großen spaß äh Rudi get the rage am start hallo mein lieber schön dass du da bist wie ist das wordshot? äh widget 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 mal googlen naja google mal google mal gönnt ihr mal wir sind in ah ne warte mal jetzt ist match ready jetzt könnte man sogar noch dinge tun wenn du nicht weißt was du bist dann guck dir doch das video von alex an was er schon mal gemacht hat ja mann die widget videos die widget streams einfach gönnen ich glaub ich glaub ich glaub so zehn bis zwölf stunden haben wir bisher schon gestreamt widget es ist ein gutes spiel es ist ein gutes spiel muss man sagen ich muss noch mal ganz kurz sagen dom und ich haben eben einen fetten win bei alex gold und das denn hat zu lang gedauert seid ihr champions geworden? ja klar sag ich ja das sehr gut ok sehr gut sehr gut ja mal warte ich muss noch das bild gucken dann sag ich dir auf wie viele wir weggenutzt haben okay acht 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 teams oder acht leute was wie viel habt ihr weggenutzt? acht squads, nein ich weiß nicht, acht leute acht leute, das ist aber, jungs, das ist, ja, acht leute liegt für mich nach einer normalen apex der Anfang ist da, aber das müssen acht teams sein nee warte mal, wie viele teams gibt es, dass ich hier keine scheiße laber es gibt nur zehn, ne, zwanzig? nö nein zwanzig, ja zwanzig teams zwanzig teams zwanzig teams, ja genau, das sind 60 Leute, da wusste ich doch hier halb ist ja kein apex, aber so, okay also ich hab das tutorial gemacht ja, mehr also hier reingeschissen yo, Brody, letztes Mal ein Abo da sehr nice, mein Güter vielen lieben Dank Komakeks hat's direkt bekommen Komakeks, mein Güter, direkt hier erstmal ein Sub geschenkt kriegt, richtig sexy nice, nice sehr nice, danke dir, mein Güter vielen lieben Dank so muss er 16 hat er schon du musst ja bald wieder nachlegen das ist richtig glücklich aus dem Stream ja, naja, klar da wird man ja richtig ne, da lacht man Stream, ja, ne einfach positive Vibes an alle ja, positive Vibes gerne das sind die Drogen ne, das ist das können die Schmerztabletten sein das ist, ähm das ist nicht das Regeln das ist, ja weiß ich nicht äh, aber ja das ist, das ist ganz nice heute, heute, Jungs es gibt doch heute wieder Giveaways äh, warte mal ich muss das immer so ein bisschen na doch, zwei gibst du, dein Geld zwei Giveaways machen wir ne, ne, so viel dann doch nicht ähm ne, heute, äh unter allen Zubs die Bock haben natürlich na, muss natürlich nicht ja, äh werden heute wieder äh, wird mein Merch verschenkt quasi ähm ich trage eure Namen in so eine Liste ein das Rad entscheidet ähm wer entscheidet äh, wer gewinnt und dann könnt ihr euch was aus meiner Merch-Kategorie aussuchen und es gibt heute auch neuen Merch den ich noch zeigen werde wenn Spielwechsel ist machen wir das einmal und dann am Ende von Richard gibt es quasi den zweiten dann wird das sehen könnt ihr, könnt ihr gerne mitmachen wenn ihr wenn ihr ein Abo habt dann einfach Bescheid geben dann werde ich euch mit eintragen in die Liste und dann geht das schon ähm und jetzt jetzt mal die Frage, Jungs jetzt mal die Frage was müssen wir eigentlich machen Pff Generatoren suchen Generatoren suchen Generatoren suchen okay sehen wir uns irgendwie und reparieren oh oh okay oh war da Crouchen ich hab einen gefunden ich hab einen gefunden pull down ne, warte mal ach so das ist so eine Barrikade ne, 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 man ne, ist okay ich geh hier ran einer von euch wird ja gechased ne ja, ja ich werd grad gechased gönne ich mir also gut, skill check hmm jetzt muss ich nur rechtzeitig die Leertaste mal drücken ja, das kostet ja wirklich ja ey, wirklich ist, ein bisschen hier drehen ein bisschen da drehen ich werd, ich werd gleich so hart inten, Alter ich hab schon einmal geültet oh ja hmm Dome wird gechased aber wir können einfach Generatoren schon zur Hälfte durch also ich bin jetzt, ich bin jetzt beim Viertel roundabout hast du ein Drittel warum noch war nichts zu mir ja, er hat mich verloren oder er hat keinen Bock mehr auf mich ich weiß es nicht oh oh er kommt in eure Richtung oh oh er kommt er kommt aber der ist maximal schlecht Jesus, take the wheel ich, ich geh einfach ich geh einfach mein Herz pulsiert ganz schlimm ach so, ja bei mir auch warte mal er ist wieder weg bei mir der Uli rand wieder weg ha ich hab ne Barriere gebaut oh no ich geh in den Keller Keller sind schlecht oh nein, er kommt nein nein du bist ja schon ganz gut mhm mhm abwarte ich mal fürs Team aber hat der den ersten Generator gemacht sehr gut ok, das ist bad er hat mich gehauen oder hab ich mich irgendwo verletzt ähm er hat seine Fähigkeit aktiviert im Keller laufen ist ähm semi gut da dachte ich mir weil da gibt es nur einen Ein- und Ausgang und das ist halt der Killerkeller äh ähm ja ich crouche, ich crouche ja, der Typ ist ja wirklich überschlecht oh Gott, oh Gott ja aber wenn hier drei Leute in der Gruppe drin sind die ähm noch nie gespielt haben ja, Mann komisch, brauche Heal dann gleicht es aus, ja dann gleicht es aus ok, warte mal ich bin an dem Gen-Deno ich versuche zu meinem Generator zurückzukommen du kannst doch sprinten ein bisschen ja, ja, du das hört der Killer, oder? hört der Killer das? du kannst doch Self-Care machen nein, hau ab, Alter deinen Sunny-Kasten ach, da, da einer von euch was war das für ein Move warte, warte, ich helfe dir beim Repair dann mach mal schneller einfach runtergesprungen der Killer kommt glaub ich da hinten ne, 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 ok ah, er macht einen von uns tot läuft, ok, wir können noch wenn möglich nicht alle Paletten wenn möglich nicht alle Paletten ok, eine hab ich vorhin gemacht ja, also nicht, nicht, also nicht sofort droppen erst, also, bleibt mal stehen ja, Mann oh, danke dir Nico, du du Bade und dann, wenns wirklich ganz knapp wird dann die Palette droppen und ihnen halt, wenn möglich noch Stun in die Fresse damit genau wir kommen dich retten wir kommen dich retten ey, Mann ok soll ich das wieder weggehen sollen wir zusammen versuchen oder kriegst du hin? alles gut, ich krieg dort schon hin kriegst du hin? ok nein lauf weg, lauf weg hol mich runter hol mich runter und lauf weg oh god, aber das dauert ein bisschen runterholen, oder? ich muss noch keine ah, jetzt ok, ich bin mit unterwegs ich bin mit unterwegs oh god er hatte ich er hatte ich er hatte ich ne, du bist weggelaufen deswegen hab ich keinen Bock mehr oh mach zu haha ich bin, ich hol dich gleich runter warte, warte ich bin, ich bin bei ihm ich bin, ich bin bei ihm schnell hier ein bisschen ich hab dich, Bruder ich hab dich, ich hab dich, Bruder ok ok nix nice, und da hinten jetzt, jetzt sehe ich den Killer weil ich dich runter geholt habe da kommst du mir? ich bin hier oben äh, wie viele Generatoren haben wir? wie viele müssen wir? da haben wir scheiße, wie denn? wie kann man das also nur hier in dem bei dem blauen Totem jetzt was ich verzaubert hab das ist ein Völk von mir wenn die Umrandung blau leuchtet also das Bild der Wildschirm geht, müsste es eigentlich gehen probier mal äh, Frage, Frage, Frage können Generatoren in einem Haus sein oder eher nicht? ja, ja auch ok, ok ich geh mal ins Haus gucken ich bin mal so dreist der chaset mich immer noch übrigens, ne? immer noch? nice naja, können wir jetzt ja, mach ja nix, alter doch, ich suche den Generator, aber ich finde ihn halt einfach nicht ich streue den hier seit 5 Minuten, den Typen ich suche und finde leider nicht mehr einen guter ihr müsst wissen, ich bin der Master Troller du bist der Master Bader ähm, wenn du jetzt hier durchs Fenster links raus gehst oder jetzt wieder, ja, lauf da lang ich weiß jetzt nicht, wie verzögert das ist äh, ich glaub so 16 Sekunden aber eigentlich müsste eigentlich müsste hier auf dem Balkon, ähm auf jeden Fall ein Gen sein nach links oben laufen ja, stimmt, du hast recht, du hast recht da ist einer also er ist immer noch oh, er ist ja bei mir mach ich, mach ich, oder ich bin hier grad auf irgendeinem Balkon und mach dann oh, koma Keks nein! oh, da oh Gott das war dumm ja, ich weiß auf jeden Fall für nächste Runde nehm ich ne Sandikasten mit damit ich mich selber heilen kann weil auch euch kein Verlassen oh noo kann doch nicht sein, dass er schon wieder hier ist oh, Leute soll ich weiter reparieren oder was anderes machen? oh, oh, der Killer kommt er kann weiter reparieren ja, ja, ja er ist einfach gegangen okay der Killer kommt, ich hör seine oder? oh, ich hör den Heartbeat das ist uncool ist okay, ist okay, ist okay oh Gott, ist das nicht okay aber wie gesagt, Lars da, wo ich dich vom Haken geholt hab muss ich theoretisch selber heilen ähm, oh der Killer ist hinter mir er läuft durchs Fenster ja, ja, achso jetzt bin ich schon unten äh, ist der schneller als ich jetzt bin? ja oh noo aber er ist, aber er ist bad, oder? ist okay äh, bisschen ja ha jetzt sind wir hier im Kreis laufen oh, oh Gott ah, nein, 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 nein guck mal, ich geh hier hoch und dann geh ich hier runter er hat mich er tut Dinge oh no, er berührt mich unsittlich okay, ich wriggle, ich wriggle ah, okay, ja, ich bin direkt neben dem Haken mhm oh, das ist nur eine leichte Fleischwunde take chance to escape oh, das muss so weh tun mach das nicht, stopp, hör auf, hör auf, hör auf hör auf, hör auf ach, weil das Ding dann kommt mhm, okay ja, ja, das ja, ja, das ich hab zu spät auf den Stream gekuckt alles cool, alles cool ist jemand in der Nähe? ja, ne, ne, ah perfekt jetzt hängst du zum zweiten Mal schon jetzt musst du gleich äh, Vierigkeitschecks machen was kann ich tun, was kann ich tun oh, nice ah, es ist Nimi warum sag ich mir das? ich heil mich, ich heil mich, ich heil mich unschön ich danke dir sehr schön ja, er hat sich noch zu früh gemacht ich würd wieder zum Generator gehen, oder? mit am meisten Sinn ja, mach mal eins okay, hier wird nur noch einer, mach mal einen ja, ich renne, ich renne, ich renne im Running bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen bleib stehen, bleib stehen fang den Hit und lauf fang den Hit und renn mhm, ah, perfekt ey, ich fang hier an zu schwitzen, Jungs äh, hier ja, stopp, bleib hier weiß treib mich ey übel sag ich euch okay, River Konzentration, komm verkack die Skill-Checks nicht, Junge er kommt dumm ne, er kommt nicht ne, er rennt wirklich weg zack okay, war bad sollst du dich auch hier? ja, bitte also, ich kann's dir jetzt auch zeigen gleich warte, du bist jetzt noch angefragt, komm mit komm, komm, los hier siehst du das blaue Totem siehst du mich angefragt ja, siehst du das blaue leuchtende Totem? da hinten ja, man sieht's durch Wände er kann uns jetzt nicht töten er kann uns jetzt nicht töten ah, jetzt kann er uns ja töten jetzt so ein Baiter, wirklich aber echt was denn, Digga, du kannst dich jetzt hier heilen was denn ein Viertel, bis der Generator voll ist? wie denn, Dom? indem du die Maustaste klickst so ein Skill-Checks nice Machen wir Koma Kicks down oh shit okay, got it wo müssen wir hin? da stehen ach, da hinten okay äh äh gibt's Fall Damage? äh gibt's nicht ah nice wait wo müssen wir jetzt eigentlich hin? oh shit warte mal warte mal erstmal, erstmal ich roto mach mal ja, mach der? okay äh heil mich direkt warte mal hinten war doch irgendein Symbol, oder? hm ah ja, ja hier, ich seh einen von euch erst mal aufmachen, oder was? ja nice, nice oh, da kommt er, da kommt er oh oh und man kann dann halt auch Takt spielen NICE das Tor kann man auf 99% ziehen dann hat man halt mehr Zeit und kannst dann mit einem One-Tap öffnen um alle sich herauszubekommen gibt es mehr Punkte, wenn wir alle rauskriegen? wahrscheinlich, oder? äh mehr Punkte nicht, also du an sich selbst für dich kriegst mehr Punkte halt komm wieder das heißt, ich hör kurz vor Ende auf ok ja, man zieht direkt auf einfach wir sind alle hier wir sind alle hier der Kill auch ok schnell raus rausrennen, einfach rausrennen easy ey oh nice erste Runde gleich mal gewonnen hier mit euch easy das läuft, das läuft nur ein paar mal rausgehen ist ok ist ok hm 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 progression available ein Haufen Symbole ein Haufen ein Haufen Medaillen ja 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 und sogar ein Level Up ich weiß nicht was es macht, aber Rewards granted Level Up, dann kriegst du immer 20 oder 200 von diesen chillenden Scherben gerade waren es 50 ah 50 oh ja, sorry dann sind es halt 50 ne hätte er sagen können, dass sie sich ändern, ne je nach Level ne weiß ich gerade tatsächlich nicht vielleicht sind es immer 50 auf jeden Fall kannst du dir dafür ähm im Shop ähm Perks von anderen Charakteren kaufen bei Schrein der Geheimnisse da musst du die Charaktere nicht kaufen und hochleveln mhm dass sie für jeden verfügbar sind ja und ab und zu auch Cosmetics kaufen und ich glaube auch Charaktere an sich kannst du auch kaufen je nach Menge, die du investieren musst äh Skinshop Payshop das ähm hm aber ist kein Pay to Win also wenn du ist kein Pay to Win ok wenn du lang genug spielst hast du irgendwann auch alles ja hm Did you have fun? YES! Fünf Sterne ok jetzt einfach continue oder ja ne? ja genau können wir uns nochmal nach so das ist ganz nice ja 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 äh einfach ready machen und dann nebenbei ich schonmal Sachen hier anlocken einfach mal gönnen Dinger anlocken ja man mhm progress hier, progress da Guardian Rare Perk ok cool nehm ich kann ich mein Medkit vielleicht noch upgraden inner healing standard flashlight aber Licht Licht machen ist eher schlecht oder Jungs? doch doch das ist gut ich habe eben auch eine Taschenlampe gespielt deswegen hatte der dreimal keinen Bock mehr auf mich ach so weil ich habe den gestunt ja und dann habe ich ihn danach geblendet und dann sieht er halt für ein paar Sekunden nichts mehr und ähm dann kannst du auch eine Blind Chain machen das heißt wenn er eigentlich wieder sehen müsste haust du nochmal kurz die Taschenlampe rein dann ist der instant nochmal geblendet mhm und das habe ich halt 3-4 mal mit ihm gemacht und immer gestunt am Anfang und deswegen hat er irgendwann aufgehört mich zu verfolgen weil er keinen Bock mehr hatte das ist halt nur zum Killer nerven überfed up und wenn du oder wenn jemand auf dem Boden liegt der Killer greift dich also hebt dich auf nimmt dich auf die Schultern kannst du ihn auch blenden in passendem Moment und dann ist er quasi gestunt und lässt dich automatisch wieder fallen und du kannst wegrennen halt also zum Teammates retten bevor sie aufgehangen werden okay das ist praktisch aber dann müsste ich ja anstatt dem Heal-Kit mhm mhm ja mhm aber ich habe halt wie gesagt einen Perk drinnen da kann ich einen Toten segnen und in dem Umkreis könnte man sich in der Theorie dann selber heilen alleine heilen ohne ja den hab ich durch die Wand gesehen das sah ganz nice aus das sah ganz nice aus mhm ja den Praktorschein führen ja den Praktorschein führen mhm aber kannst auch ist eigentlich egal was du mitnimmst mhm 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 wer ist denn eigentlich noch nicht ready hier mhm keine Ahnung aber ich bin ready Lars ey ich bin ready Lars hat noch nicht mal Lars hat noch nicht mal weitergeklickt also wirklich Lars war da nicht nochmal kurz für Master Master debaten hat er es nicht gerade genau gesagt ach so das kann sein das kann sein ich kann sehen die Aura von Hedge in mhm 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 die Hand mit der Uhr ja when saving an ally ja man das ist doch praktisch das macht wenn du jemanden vom Haken runter holst mhm ist er jetzt in deinem Fall für 8 Sekunden ähm geschützt das heißt der Killer könnte ihn innerhalb diesen 8 Sekunden einmal angreifen aber du fällst halt nicht instant wieder um das ist praktisch das ist nämlich mit der Guardian aufs also das ist ein Killer der facecampt dann ist auch egal ja uh jetzt hab ich da sogar ein Upgrade oh was ist denn das Renewable what stamp ich kauf hier einfach mal Dinge mhm 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 so und das ist upgraded automatisch ok das ist cool das ist cool ja ja und was ist das hier the archives achso das war dieser Battle Pass ne irgendwie äh ja quasi genau war so ne Art Battle Pass ja 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 ähm ich was ist das hier so du kannst auch theoretisch ähm wenn du ein bisschen wissen möchtest ob der Killer auf dich zukommt und in deiner Nähe ist kannst du zum Beispiel auch diese Katze reinmachen als Perk ähm wenn er denn im Blickrichtung ist in einer bestimmten Reichweite ähm kriegst du halt Bonus beziehungsweise die Katze leuchtet in deinem Perkfeld auf ah und sieh ich das 36 Meter ja das ist geil das ist auch Mann es gibt so viel guten Shit hier warte mal ich muss bis Level 15 kommen ok Moment hello mein lieber hab dir mich grad geklickt heute nein neun ne war kurz davor aber ne 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 kann man nicht also wir brauchen jeden Mann hier einmal zu mir läufst dann gibt's aufs Maul Alter ich kämpfte wirklich ein Bursch aus dem Typen übergebeten und auf einmal springt der vom Dach runter und setzt sich genau neben mich nice ja ey so muss das ich weiß gar nicht was du hast so komm ein Level gib mir das eine Level noch der war aber wirklich schlecht oder dumm ja ja das ist das ist Miko und ich ziehen hier den Schnitt einfach runter weißt du hm so jetzt Level 15 neuer Perk Slot so jetzt jetzt werden Dinge mitgenommen ähm Speed while repairing warte bevor du was anklickst stopp du hast noch das ganz links ausgewählt das Perk klicken nach rechts genau sonst wechselt jetzt hast du sonst hätte ich dann leer gemacht und dann ja ja ok genau und wenn du bei dir geht's noch mit der Anzahl von den Perks die du hast ich hab jetzt hier schon vier Seiten komplett voll mit Perks und die Perks dann wieder zu finden ist ab und zu ein bisschen schwierig brauchst du ein bisschen jaja da brauchst du ein bisschen doch ist ein einziges Problem echt ja gut ich spiel halt hier nur diesen Charakter Tangle ok ich nehme einfach mal Dinge mit so wir sind ready wait ich war nicht mehr ready oh sorry na weil Lars irgendwie dazu kam oder so weiß ich nicht ach ne du warst in deiner in diesem komischen Spalt nennt sich das ja ich bin auch jemand das Alex getreut hat ja ich hab ich ja weißt du irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über da bist du da holst du unterbewusst ja ich bin nicht allein gefragt bin nicht allein mal im Wald äh 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 jetzt sind wir hier Match starts wieder rein hier doch da war ja Rayman genau ja bin ich mal gespannt ähm Was 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 wollte basti danke für das warum Lars du können gehen denn streamen Bruder ich bin hier ich bin da Larsihansis da Sollst du den Stream parallel öffnen ich hab's im Parallel achso ich bin nicht angemeldet hier bei Twitch mhm mhm ist okay ist schwach schwach ist ah pass schon es ist fünf Leute gerade am Start ist sehr nice auf jeden Fall sag mal wenn was gamemäßig Wenn was ist Wenn was im Game passiert, ich muss erst wieder E-Mail machen. Ja, es geht los. Dauert noch eine Weile. Mach Wenspann, Klaas. Ich doch. Die Loading-Screen ist hier ziemlich lang. So, ist ewig lang. Ah, okay. Indemain-Night-Growth. Ab und zu haben wir fünf Minuten gewartet. Was? Okay. Das ist natürlich nicht so geil dann. Gut, und die Lobby-Suche dann dazu auch noch. Aber gut, da war es halt zwei, drei Uhr nachts. Ja, okay, dass man da nicht unbedingt jemand findet. Shitregeln, Alex. Gib mir mal hier Mod-Rechte. Ich? Ich gebe dir keine. Nein. Nein, 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 nein. So nicht. Papa sagt. So schon gar nicht. Möchte ich auch Mod-Rechte haben. Ja, ja, ja. Am Ende will hier jeder Mod sein. Nein, nein, nein. Ich kenne mich mit den Modden aus. Profi beim Modden. Ach so. Ich glaube, das ist ein bisschen anders als Modden. Ja, genau. Ich modde bei einer Freundin von mir. Und wenn sie Cam macht, ab und zu, man kennt es ja, Internet, Frau im Internet, Kamera, da gibt es halt ab und zu blöde Kommentare. Und die bann ich direkt weg. Das macht richtig Bock. Du bist gewandt. Und du bist gewandt. Und du kriegst eine Timeout. Ja, sowas gibt es hier gar nicht so. Meine Mods haben hier kaum Arbeit, muss ich sagen. Du hast noch keine Brüste. Richtig. Ja, das ist... Ich weiß nicht, Ghost, da hast du schon gesagt. Welche Brüste vielleicht, aber... Ja, vielleicht einfach halte Brüste, Brücke auf ein bisschen schminken. Johanni, hallo, mein Lieber. Herzlich willkommen, mein Guter. Du bist schon eine hübsche Blondine, aber was geht's los? Oh, Redge-Chop. Rackers. Oh ja, let's go. Let's go, guys. Okay, warte. Erstmal crouchen. Ich hab gestern Amnesia gespielt. Ich weiß, wie man Horrorspiele spielt. Einfach nur crouchen. Einfach nur crouchen. Ist okay. Äh, nicht gestern. Donnerstag, Amnesia. Ey, Valbroman. Da ist er. Er hat einen gelben Mantel antogen. Ja, hilf mir mal. Der Clown müsste das sein, wenn ich... Ach, nee! Dieser... Der Trickster, der schmeißt Messer. Der ist in Range. Der ist auf jeden Fall gerade bei dir gewesen, ne? Klingt gut, klingt gut. Ey, ich mach den Generator an, Brudi. Kein Thema. Also, der Trickster, das ist ein richtiger Abfahrcharakter. Der hat 64 Meter. Oh Gott. Uli kommt, ja. Lauf! Um den nächsten Status zu versetzen. Was ist das dumm? Was? Jetzt macht er den Generator kaputt, der Kacklappen. Nope. Ach so, Lars, in dem Umfeld von diesem Totem. Da machst du auch keine Kratzspur. Okay, ich hab ihn gestunt. Ich lauf weg. Ich hab ihn gestunt. Ich renne. Sehr gut, Alex. Sehr gut. Oh Gott. I'm just running. Oh Gott, Fleischhaken. Der Messer! Du mieses Stück! What the fuck? Nein! Wie viele hat er davon? Wie viele hat er davon? 64. Wie 64? Dann lass dich jetzt nicht treffen, sonst bist du down. Ein Messer fehlt. Perfekt. Oh no, er weiß, wo ich bin. Oh, nein! Er weiß nicht, wo ich bin. Ja. Oder weiß er nicht? Dass du es mit dem Totem markiert hast. Nein! Oh no. Ja. Nein! Okay. Das Problem ist, dass er... Oh, schön gestunt. Schön gestunt. Er kann one-hitten jetzt leider. Das ist das Problem. So einer ist es. Naja, hat uns doch einfach die Generatoren und lass Alex zurück. Ja, genau, genau. Ich opfum mich. Ich wriggle mein Leben. Nope. Ich bin da drauf. Was ist denn, Alex? Ich... Warte, der Killer ist bei mir. Vorsicht, Vorsicht, der Killer! Oh! Ich hätte weiter... Ja, ich hätte wahrscheinlich wirklich im Kreis dran sein. Hat er dich gesehen? Ja, nur so. Ja, da wird einer... Lars wird gehandelt. Ja, Lars, das habe ich dir gesagt. Ich sagte doch, er macht... Ja, ich wusste ja nicht, dass er mich hier krass schabelt wird. Der macht einen richtig rund. Aber wie so ein Killer sieht der jetzt nicht aus. Eigentlich eher wie so... Aus so einer K-Pop-Band, wenn ich echt bin. Also, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Lauf im Totem. Was markiert das? Das Blaue? Mhm. Da hältst du dich. Der Killer ist da am Schrank. Was macht der da? Äh, Messer nachladen. Ach so! Ja gut. Man kennt das. Lauf einfach. Naja, ich renne. Ne, man meint jetzt auch Lars. Blast. Circle of Healing. Sweet. Oh, nice. Er chaste mich jetzt. Dann chill das mal. Kommst du überhaupt so hinlaufen? Weiß ja oder ich. Ich suche mal jetzt weiter Generatoren, Jungs. Generatoren. Oh, und ich habe ihn schon angemacht. Ja, ja. Das habe ich gesehen. Bin ich nicht dran vorbeigefunden. Ich habe auch schon einen gemacht. Ich habe auch schon einen gemacht. Ich habe angefangen mit Miko und dann kam der Killer und war so... Oh, da ist einer. Ich habe ihn gefunden. Den habe ich auch fertig gemacht, den Geraden. Hast du noch gere... Also der Killer schließt mich bei so, ihr habt Zeit. Ah, okay. Dann renne ich hier hin. Ich mache jetzt hier Repair Action. Okay, komm. Fingers crossed. Gut, skill check. Naja. Ich muss den meisten Bereich treffen. Alles andere... Okay, das ist noch schlechter. Okay, er hat mich jetzt... Jetzt müsste er mich verloren haben. Ich hoffe, er hat... Ah, der hat doch nicht... Nevermind, also. Scheiße. Ich hoffe, er hat nicht gesehen, dass ich hier repariere. Koma Keks, no! Mhm. Werden Sie dann gerne mal dran? Ich bin gleich down. Ich bin auch an einem drin. Oh, wir holen dich dann. Wir holen dich dann. Ein Drittel durch bei mir. Wie sieht es bei euch aus, Jungs? Hm, vielleicht hälfte. Fünftel. Mhm. Mhm. Scheiße. Shit! Koma Keks. Oh oh, der ist hinter mir? Ja. Er weiß was? Ja, komm. No! Wollt ihr da rum? No, 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 no. Einer von euch ist gekommen. Ja, lass mich los. Komm schon! Ich mache nur noch kurz den Wind fertig, doch. Du K-Pop-Dude. Wiggel, 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 wiggel. Ja. Ähm. Okay, die komischen Clown sind schon bei mir. No! Abwehren, Bruder, abwehren! Musst du auf Skillchecks aufpassen. Ja, ja, ja. Space. Volle Konzentration. Siehst du ihn ungefähr? Nö, ich sehe ihn. Nee, gerade nicht. Macht einfach beide. Macht alles richtig. Oh, ich danke dir. Nice Wunders. Ganz gut. Ich muss mich erstmal selber heilen. Du bist auch schon runter. Ja, ja. Erstmal. Oh, er kommt. Er kommt. Von wo? Ich muss mich erstmal selber heilen. Ah, da hältst du es auch gleich. Oh Gott. Komm schon! Mach schneller, Junge! Du hast kein Aim. Gut, Skillcheck. Knick. Okay. Ähm. Muss ich jetzt einem von euch helfen? Wo seid ihr? Wo ist das? Sehe ich dich irgendwo? Ich höre dich nur schreien. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich muss mal ganz kurz zur Tür. Stimmt Halloween. Halloween-Kinder. Ist da witzig. Unsere Klinge geht nicht. Überschlau. Das klingt jetzt auch nicht, Alter. Stimmt. Das ist natürlich... Oh, ich hänge. Da hinten. Okay. Ich hole dich. Oh Gott. Ja. Es ist Halloween, Alter. Oh, der Killer. Da war der Killer. Da war der Killer. Bei unserem Freund, der da hängt. Er schießt mich. Er schießt mich. Er schießt dich. Nee, er hat mich verloren. Die Messer. Der Messer wer... Der wirft, der wirft, der wirft. Lauf, lauf, lauf. Jungs, ich bin ehrlich. Ich habe zweieinhalb Generator gemacht. Was hat ihr gemacht? Ach, der hat One-Hit noch. Scheiße. Ich war am sterben. So, ich passe jetzt auf. Ich stalk den Killer jetzt. Ich bin jetzt richtig... So, mach den Generator. Nein, nein, warte, warte. Ich rette dich. Lass mal einmal ganz kurz weg. Dann kriegt man nicht mit, dass er One-Hit hat. So eine Scheiße. Okay, warte, warte. Shh, shh, shh. Gotcha. Gotcha. Okay, Max. Ich brauche den Generator. Da hinten ist der Killer. Okay, da hinten ist der Killer. Wo ist denn der letzte Generator eigentlich? Weißt du es einer? Ähm. Äh, nee, keine Ahnung. Oh, er ist hier hinten zu gefunden. Ja, er hat gerade den Generator kaputt gemacht. Ja, ich weiß nicht. Er steht hier hinten oben. Scheiße, hat er mich gesehen? Ich schaue mich um. Ich schaue mich um. Wo soll ich es jetzt sein? Ja, hier. Hier ist ein Generator. Der war der Schrankfrager. Hat ein Messer gerade geholt. Er ist in der Mitte. Ob er jetzt der Scheune oder was das hier ist. Er läuft wieder zu dem Generator. Er kämpft jetzt hier gerade ein bisschen. Haben wir jetzt nicht... Nein, jetzt läuft er weg. Da hinten. Ganz hinten rechts ist der. Ja. Ach, der ist schnell von euch. Okay, warte, ich komme. Ich helfe dir. Oh, nee, er kommt. Er kommt. Er kommt. Hatte ich gesehen. Komm mal mit. Ah, okay. Achso, hier ist der... Baitest du ihn weg? Baitest du ihn weg? Nein. Weiß ich noch nicht. Er hat einen von unserem Generator gekillt. Oh, no, 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 no. Guys, guys, be careful. Okay, ich warte. So eine Scheiße. Kann er mich irgendwie sehen durch Wände oder so? Nee, wa? Mach den Generator jetzt. Ja, ich kann gerade nicht raus. Scheiße. Ich kann gerade nicht hier irgendwie... Er ist nicht mehr hinter mir jetzt. Naja. Kannst du ihn weg vom Generator baiten? Nee. Nee? Gibt es nur noch den Generator? Ja, ich glaube, das ist nur noch den Generator. Nee, es gibt noch drei Generatoren. Aber die haben wir doch schon, ne? Und links habe ich jetzt nur noch eine Eins bei dem Generatorzeichen. Ja, ja, wir brauchen noch einen. Ja, ja, das ist... Es gibt noch mehr. Gott. Was ist der denn jetzt? Ja, one-handed by the way. Da hinten. Immer noch. Oder wieder. Schon wieder. Irgendwie muss ein Totem sein. Ja. Er fand ich ihn irgendwie... Piese dich, Junge. Ja, ja, er war... Okay. Und ne. Und ne. Er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. Soll ich anfangen? Ich fange einfach an. Ja. Ich fange einfach an. Merkt er nicht, merkt er nicht. Trust me. Merkt er nicht. Also ich habe ihn... Ich habe ihn runtergekommen. Nein! Okay, das hat er vielleicht gehört. Alter, das ist ja hier... Muss eigentlich so eine Krähe über mir kreisen? Eigentlich... Wenn du auf Karr bist, irgendwann ja. Achso, achso, weil ich... Weil ich ja hinter einem Stein am Crouch war. Ah, okay. Abgelenkt gelandert mir. Ja, ja. Ich verkackte das Reparieren gerade. Gloreich, Alter. Richtig gloreich. Oh, er kann trotzdem zuhauen, Alter. Was? Ja, ja. Ich dachte, ich mache es mal über das Krähe. Okay, einer von euch hängt. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen das Team jetzt. Macht was draus. Ja, ich bin dran, Bruder. Ich bin dran, Mann. Ich... Great skill check. Okay. Ja, einer von euch down. Keine Panik. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Jungs. Wir sind noch zu dritt. Wo ist denn dein Great skill check? Oh, 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 oh. Er kommt, er kommt, er kommt. No! Warum, wo ist denn dein Toton? Nice. Lass mich in Ruhe. Oh, nee, komm mal jetzt nicht zu mir. Digga, ja, wo bist du denn? Da komme ich nicht zu dir. So, okay, bist du nicht gewesen. Alles klar. Nee, bin ich nicht. Doch, das bist doch du, der alte Sack. Ja, ich bin der alte, der... Ja, ja. Fast. Der Generator ist fast voll, Jungs. Warte mal, kann er den kaputt machen, wenn er noch nicht ganz ist? Ja. Ja, ja. Das ist ja dreist. Wenn er ganz ist, kann er nicht mehr kaputt machen. Richtig. Achso. Okay, ja, der... Der chillt da jetzt. Der macht ja jetzt einen chilligen. Oh, der nen Amt-Amt-Generator? Ja, da hinten, wo wir gerade die ganze Zeit am tingeln waren. Okay, ja. Unschön. Sehr unschön. Oh, der ist das andere Generator. Oder so, ja. Ach hier, ach so, deswegen... Oh, come on! Nein! Ebt er dich auf? Nee, er geht, er geht vor... Vorsicht, komm, 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 komm. Ähm, erholst du dich? Ich erhole mich, ich, ich, ich erhole mich. Ja, Recover ist da. So ein Scheiß. Ich weiß gerade nicht, wo der Killer ist. Ich glaube beim, äh, bei Dom. Er chastet mich, äh, chastet mich jetzt nicht mehr. Er kommt zurück. Nein, er... Ach, du bist das... Mann, erschreckt mich nicht so. Und jetzt rennt, 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 rennt. Er kommt zu euch, er kommt zu euch. Ah, der Herzschlag... Der Herzschlag wird immer schneller, je näher... Nein! Alles, Alex. Ja, ja, das, das, ja. Also erschreckt mich nicht von deinen eigenen Leuten. So, macht's so'n Gen? Ich baite gerade ein bisschen. Die Generatoren sind genau nebeneinander, das ist richtig abfuckt. Ah, hier ist noch ein Gen. Nein! Kehrt mich wieder. Aber er geht, er geht. Er holt mich nicht, er geht. Oder? Nee, nimmt mich. Er nimmt mich. Warte, camp ich hier gerade am Haken, Alter? Das war, glaube ich, nicht so der schlauste Mord. Ja, Mann! Ich glaube, er hat dich gesehen, Mann. Ah! Bruder, ich bin der Masterbater. Also, du, wo ich bin? Und ich bin weg. Und ich bin so fucking weg. Er kommt Richtung dein Toten. Sacrificed. Liga, mach mal keinen Krach. Kann ich euch jetzt... Gar keinen Krach. Spektate. Okay, ich probiere es. Ich schau einen Komakekst zu, der regelt das. Der regelt das. Ist ja auch kein Toten mehr hier. Aber ich hab dich hier rumkrakieren hören. Ist ja auf dem Berg links neben mir. Da bin ich runtergegriffen jetzt. Soll ich den Typ ein bisschen baiten? Warum denn? Er weiß doch nicht, wo wir sind. Oh, da hinten. Camp doch immer noch bei den anderen Generatoren. Ja, aber sieht gut aus. Machste gut, machste gut. Er hat ja einen Toten kaputt gemacht, oder? Schon wieder? Ah, nee. Ich war halt auf dem Weg dahin. Wenn einer von euch durchkommt, haben wir gewonnen, oder? Der eine gewonnen, ja. Ja, ja. Teamsieg, Junge. Teamsieg. Teamwork makes the dream work. Du weißt doch, wie es ist. Oh, ich muss auch wirklich alles alleine machen. Schon am dritten Generator hier. Warum passt denn, ey? Ja, wir schauen dir zu, Bruder. Komm, wir schauen dir über die Schulter. Das ist gerade hier nicht so spannend, wirst du? Ja, doch, doch, doch. Du machst das. Dieses Feingefühl. Siehst du ja den alten Mann? Ja, Vorsicht. Skillcheck, ne? Denk dran. Oh, der Killer kommt. Oh, du bist tot. Oh, du bist tot, Digga. Oh, du bist tot, Digga. Oh, du Marde. Und er macht den Generator kaputt. Na klar. Ich muss da nicht alle krillen. It's a trap. Ich hänge dich am harten, doch. Ich glaube, ich hänge erst das erste Mal, oder? Jetzt ist das zweite Mal. Zweite Mal? Aber da wird geregelt. Selfboon, Circlophili. Muss ich jetzt schon kämpfen? War jetzt was? Ja, du musst jetzt kämpfen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist er bei dir? Was muss ich denn drücken, um zu kämpfen? Achso. Leert was zu. Ähm, ich glaube, er war gerade in der Mitte, aber ich... Ja, er läuft. Er läuft zu dem Gen. Gerade nicht zu sehen, ne? Old Maximum. Jungs. Wichtig ist... ...dass du jetzt läufst. Zum... Zum Totem. Wo ist das denn? Neben deinem Gen. Also quasi. Kommt. Wo ist er? Hinter uns. Am Totem sind wir erst mal relativ sicher, weil wir machen keine Kratzer-Sprungen hier. Jungs, 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 aufreiben. Wisst ihr das? Hey, hey, hey. Hey. Nervkürzel. Ey, wirklich. Okay, wir haben die Runde. Baut keine Scheiße. Ne, er kommt, er kommt. Da hinten. Jungs, er hat Bock, er hat Bock, er hat Bock. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ja, ja, ja. Das sind die letzten Worte hier. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Wenn nicht im Schrank kuscheln. Wenn er den jetzt gecheckt hat, hier den Gen, gehe ich wieder an den hier ran. Soll ich ein bisschen Schluss machen? Du kannst wieder zum anderen Gen gehen, glaube ich. Oh, auf ein Viertel runter. Das ist aber auch bitter. Er ist jetzt wieder hier bei den Gen, wo du mich eben drunter gucktest. Okay, sag mal, wenn er da wegläuft. Ja, ich sehe nicht mehr. Ah doch, er läuft jetzt weg. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Okay, er hat mich jetzt gesehen. Ja, warum machst du sowas? Weil wir jetzt kurz zum Ausspielen. Er baited für dich. Er baited für dich. Die drei Gens, die noch existieren, genau alle nebeneinander sind. Und das ist gerade das, was uns hier tötet. Ja, du bist doch gar nicht bei mir. Ja. Das ist dann der letzte. Komm, da die Palette, Junge. Gönn dir. Aber dieses scheiß Messer, ne? Das ist so räudig, Alter. Bring ihn nicht zu Dom. Nein! Was ist denn Dom? Ich sehe ihn doch nicht. Ja, genau am Generator. Da hinter dir am Generator. Oh, nice one, nice one. Ah, jetzt, jetzt, jetzt holt er Dom. Ja, weiß ich nicht. Du hast, du hast gerade ganz schön hart gebetet. Also. Dein Maid reingebetet, meine ich. Okay, der war nice. Der war nice. Lol. Oh, der ist doch schon am Schwer zu tun, Alter. Oh, er hat dich, er hat dich. Nein! Egal, egal. Guck mal, krieg's regelt. Kaffee, woanders hin. Kaffee, woanders hin. Wenn ich repariere, repariere einfach. Ja, in der Theorie spawnt jetzt gleich eine Luke. Hm, weil du der Letzte bist. Sondern wenn du da rein bist, ist es auch GG. Neeein. Komm, hier, wir kommen. Nein! Ja, ich hab nur gedacht, dass der ploppt jetzt hier gleich. Hm. Ja, das ist klar. Da muss man sich auf so viele Dinge konzentrieren. Ja, ich glaube, ich hab einfach die linke Hand weggenommen von der Tastatur. Wow. Oh Gott. Nice one. Nice one. Geopfert. Sehr nice one. Wir haben uns alle hier rohisch geopfert. Was, der lebt doch noch, Hermann. Dom Maramaka. Ja, ja. Dom... Oh, no, Dom... Oh Gott. Oh, oh. Wie er gelacht hat. Oh. Oh. Nice. Yes. Look at the moves. Easy. Ja, gut ist... Gutes Teamwork. Na, das ist, ähm... 1A. Wirklich 1A. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nochmal an euren Gen-Fähigkeiten arbeiten. Ja, ja, das... Die waren top, ich hab einen gemacht. Also, das mit den Gen, das lief ja ganz gut. Das hat uns nur getötet, dass wirklich alle drei verbleibenden Gen nebeneinander waren. Er hatte halt so geringe Laufwege, er musste ja nur noch zwischen den Gen-Fähigkeiten um uns zu finden. Und dann kann er Dinge schmeißen. Das heißt, er schmeißt doch einfach in die generelle Richtung die Scheiße. Genau. Und dann... War halt ein bisschen ungünstig mit den Gen-Fähigkeiten am Ende. Aber ansonsten war doch... Wir hätten es halt geschafft, safe. Ja, das ist... Auf jeden Fall. Äh... Achso, warte mal. Nimm mich was? Scheiß drauf. Ich bin ready. Mystery Box. Darum kann man sich nur eine begrenzte Anzahl selber hier... Dein Medikit ist auch schon aufgebraucht. Ich hab mir die ganze Zeit ein neues geholt. Ja, okay. Aber ich komm mich nicht selber hier hin. Ja, wenn du welche vom Boden aufhebst, die könnten halt auch schon leer sein. Ne, ne, außen, außen, außen mit Ruhe. Achso. Die braunen... Außer du failst halt einmal. Warte mal. Jungs, kurze Frage. Verbrauchen sich die Items? Ja. Also wenn du entkommst, überlebst, dann hast du trotzdem noch dieses Item. Also jetzt hier Verbandskasten, Reparaturkasten und Taschenlampe hast du dann noch. Wenn du entkommst, die Zusätze oder Add-ons, die verbrauchen sich nach jeder Runde und sind so oder so weg. Genau wie die Opfergabe, die ist auch komplett weg. Und wenn du stirbst, verlierst du halt auch das Item. Das ist natürlich richtig an, Lucky, dann... Achso, ne, ne, warte mal. Ja, das ist natürlich nicht so geil, ne? Das ist natürlich nicht so geil. Ich werde jetzt mal die Toolbox mitnehmen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich als erstes sterben, aber reparieren. Das läuft jetzt. Alles nur reparieren. Ich würde dich nur basteln sehen, Alter, im Stream. Ich werde alles geben. Ich werde nur basteln, Bruder. Ich mache hier Bob den Baumeister. Aber wirklich, ey. Ja, also ich brauche einen von euch, der dann für mich baitet, ne, ist klar. Ich versuch's. Ich versuch's, das ist sehr gut. Aber theoretisch, ne, wenn einer ein Med-Kit hat, der kann ja auch andere heilen. Und dann hat er so 30 Ladungen, dann kann er mich 30 mal heilen, das ist alles gut, eigentlich. Andere kannst du auch ohne Medi-Kit heilen, dauert halt nur länger. Du kannst nur dich selbst nicht heilen ohne Medi-Kit heilen. Ohne Medi-Kit heilen. Gibt's aber Perks für. Self-Care gibt's als Beispiel oder halt das Totem-Perk, was ich drunter hab. Und Perks verlierst du ja nicht, ne? Perks bleiben ja. Die bleiben. Okay. Vielleicht mal mitnehmen. Vielleicht mal gönnen. Das habe. Nee, hast du nicht. Dann musst du Claudette Morrow, also so'n Charakter da hochleveln. Oder diese neue. Hm. Erstmal DLC. Erstmal reincashen. God damn it. Recruiting City Police Station. Na, die kennen wir doch, Jons. Oh nee. So ein bisschen jedenfalls. Scheiße, die Karte. Ich bin direkt an dem Generator. Ja, perfekt. Ja, easy. Okay, Toolbox Repair. Ich gönne mir. So, volle Konzentration. Volle Konzentration. Volle Konzentration, Alex. Naja, ich bin voll konzentriert. Voll konzentriert. Ich hasse Häuser, Alter. Wie, das war schon meine Toolbox? Ja, ist halt nur ein kleiner Toolbox. Ja. Ist ja richtig doof. Stasmassaken, Dev, du. Oh, hello there. Oh, fuck an. Yo, komm, wir regeln. Wir regeln, Bruder. Ja, gut, dass wir direkt in dem Haken sind. Ja, Mann. Mach das einfach für den Killer. Du hast gerade verkackt. Ja, ja. Wir dürfen nur nicht verkacken, Miko. Das ist das Wichtigste. Wenn wir verkacken, ist es vorbei. Was? Ich habe One-Hit? So, wie die nach hinten da. Ja, ist ja übel. Nein! Ah! Okay, sorry. Wie gehst du? Ich hatte direkt wieder, okay. Da war ich nicht so vorbereitet. Wo bist du? Wo bist du, Lars? Ich bin auf seinen Schultern. Aber ich glaube, ich komme raus. Ich glaube, ich komme raus. Du kommst raus? Okay, gut, Skillcheck. Sorry. Lauf, er ist geblendet. Ich habe diesmal keinen Medkit. Nice, Miko. Ich habe einfach zwei Skillchacks verpackt, ey. Ja, sorry, sorry, sorry. Jetzt bin ich auch tot, ey, weil ich hier nicht weiterkam. So ein Dreck. Hast du eine Taschenlampe? Ja. Schaffst du nicht, schaffst du nicht, schaffst du nicht. Da hinten seid ihr. Scheiße. Digga, die Police Station. Wirklich. Hä? Lauf, Lars. Digga. Ha. Wenn er nicht reinguckt, kannst du ihn nicht blenden. Da hinten wurde einer aufgehangen. Oh, hier, wo seid ihr denn eh besser? Killer ist bei mir. Oh no. Killer ist bei mir, glaube ich. Ja, Killer ist bei mir auf jeden Fall. War da bei mir. Bist du der, der am Haken hängt? Also ich kann geholt werden. Na, ich hänge jetzt auch gleich am Haken, ja. Ja, warte, warte. Ich, 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 ich hole dich. Ich hole dich, ich, 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 ich. Also bei mir ist er irgendwo gerade. Er ist hier unten gerade am Gän und macht mich jetzt auch lang. Ah, das fängst du also mal. Deswegen mag ich Häuser nicht, weil es gibt halt hier Stockwerke. Und selbst wenn er unter dir ist, dann trinkt das, weißt du. Es ist, es ist okay. Ich habe ihn, ich habe ihn hart gebatet, Bruder. Ich, 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 ich hole dich vom Haken. Warte. Hölst du hin, ja, Alex. Ja, und dann, und dann direkt Generator einfach machen. Komm, Gönnung. Ey, hilf mich mal. Achso, soll ich dich? Ja, dann musst du dafür weg. Kann ich doch mal den Generator machen? Achso. Ne, dann musst du, so. Aber dauert, ne? Uh, uh. Können wir uns das erlauben? Nein, müssen wir ja. Hiel mich. Ach, lass dich doch hier oben. Ja, ich bin dabei, Bruder. Guck mal hier, Rückenmassage. Ich spreche mich mit den schönen Zahnen. Ich lange kommen jetzt in eurer Richtung. Ne, kommt hier nicht. Miko. Miko, bitte nicht. Ich weiß es nicht. Ja, paar Stunden. Ich schau hier auf jeden Fall ab. Okay, okay. Ich, ich, ich reparier. Ich gönne mir. Ach, jetzt lau weg. Kommt her. Er ist auf der Treppe. Lol. Das ist ja, er kommt. Was war denn das für eine Aktion? Wie, welche Aktion? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ne, von ihm, Alter. Er und ich, wir sind die ganze Zeit gleichzeitig durch die Treppe raub und runtergelaufen. Naja, weil er dich stalkt. Achso. Er hat Fähigkeiten. Er hat das stalkt, oder? Okay, Lars hängt wieder. Bist du am selben Haken, Lars, oder an einem anderen? Ja, am selben. Okay. Und wenn er dich vollgestalkt hat und Diabolik 3 bekommt, das ist dann, wenn die Musik hier anfängt von Michael Myers, denn one-hitted er. Deswegen macht er meistens nichts, sondern rennt nur rum und stalkt halt, um den Balken vollzukriegen. Okay, shh, shh. Sieht man meine Schritte nur, wenn ich renne, oder auch wenn ich laufe normal? Wenn du rennst. Ich hab dich, Bruder. So, und jetzt wieder reparieren. Ich hoffe. Ja, das wär's. Okay. Na gut, ich mach den alleine. Das ist kein Thema, Bruder. Hast du nicht mich gefühlt, da wird zur Runde? Ja, ja, ist okay. Ich sag ja, ich darf das hier nur nicht triggern, die Scheiße. Ich darf hier nur nicht... Komm, Junge. Das ist natürlich nur ein bisschen schwierig, ne? Puls von 180. Der Generator wird auch lauter, je weiter man den repariert, oder? Hallo. Hi. Schein zumindest. Ah, ich dachte, ich fähre jetzt erstmal direkt rein. Ja, okay. Ich hab ein bisschen Lärm gemacht, der weiß, wo ich bin. Oh nein. Kannst du mich kurz ziehen? Ich bin bei der Hälfte, ich bin bei der Hälfte. Oh, ja, alles klar. Ah! Wo ist er? Ah, da. Gut, es geht. Gut, gut ist gut. Er kommt zu dir übrigens, ja? Zu mir? Ne, zu Mikro. Achso, okay. Ja, ja, ja. Ist mir gelaufen. Ist mir gelaufen. Dann gönne ich mir einfach. Oh, oh. War gerade Heartbeat. Und ja, ich weiß, was du meinst. Mit den ganzen Etagen ist es natürlich schwierig dann mit dem Herzschlag. Ja, das ist halt krass nervig. Nein! Nein! Daddy, no! Daddy, please! Oh, Gott. Alex, ich werde dich holen. Ich werde es aber wahrscheinlich dafür sterben. Nein, lass Alex zurück. Ey! Nein, der macht den Generator kaputt. Das wird immer noch nicht fertig, Alter. Nein, das dauert, Bruder. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist harte Arbeit. Wirklich, das ist, da ist so viel zu machen, ja? So viel zu machen. Die Schrauben, die man festziehen muss, Kabel, die neu verdrahtet werden, ja? Zündkerzen austauschen. Was weiß ich für Dinge. Das ist nicht so einfach. Ich danke dir. Komm, lass uns schnell zusammen den Generator einfach machen. Viel Spaß, ich auch. Alles klar. Alex, ich brauche nur noch einen Hit, dann bin ich tot für immer. Ja, okay. Dann lass mich den Generator machen, wie du Koma kriegst, Rettner. Bin ich hier? Das ist klar, oder? Nein, du bist, du bist, du bist, du bist der Retter in der Not. Du bist der mit einem, einen Hit tot? Ja, du bist Batman, du bist, du bist Darkwing Duck, I don't know. Ich hab den Generator gleich, okay? Komm schon, komm schon. Komm schon. Hm, okay. Direkt bei dem Generator. Ja. Oh. Okay, der ist hier in meiner Nähe. Nee, würde ich nicht sagen. Ja, das ist so, also das Blenden, das ist ja wirklich scheiße. Du musst da erforderteil ein bisschen Skill. Will mich jemand, will jemand kurz auf mich zurennen? Ich kann gerade nicht. Ist das gerade ein bisschen, mach mich da hindrum. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall oben. Der Killer ist auch Richtung, da war nur die Windung. Die Skill-Shades werden immer schwerer. Er dreht wieder um. Wir haben so ein Tier. Warte mal, ist hier? Nee, hier ist nichts. Alter. Lars, komm zurück. Achso, ach da bist du. Ich geh jetzt mal in den Schrank. Ich hab grad einfach angeguckt und ist wieder weggegangen. Ich helf dir. Renn. Es ist okay. Es ist okay, ich opf um mich. Chaste er mich jetzt noch? Ja, er chaste dich. Er chaste dich. Er ignoriert mich. Ich kann mich aufheben. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Ich brauch was zum Heil. Was? Von wo kommt er denn? Holy shit. Ja, perfekt. Ah, scheiße. Er kommt zu Tio. Die zu mir. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Warum liegt der denn alle faul auf dem Boden rum? Es ist gemütlich hier so. Das ist... Oh, no, 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 no. Ihr habt zwölf Gens gemacht, ja? Und hier macht ihr noch einen? Nie zwölf Gens. Ich hab einen gemacht, Bruder. Aber man, ich... Er ist hier bei mir übrigens. Das war's immer noch. Alex, der Move vom Einzelnen. Er weiß doch bestimmt, dass du da bist, oder? Nein, 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 nein! Der Move einfach, Alex. Okay. Wir gucken erst mal, was er macht, okay? Ich will mich töten gerade. Ja, ja, aber... Kann ich jetzt Lars aufhören? Ich bin jetzt tot. Ähm... Nee, jetzt nicht rausgehen. Jetzt nicht rausgehen. Ich chill einfach, Bruder. Alex, geh raus, leg ihn ab. Nee, mach doch nicht mehr! Er töte dich. Er töte dich, glaub ich. Instant. Junge. Ich bin der Gott. Was hat das für den Move, Alter? Mach den Jain einfach fertig. Ich geb mein Bestes, Bruder. Auf jeden Fall. Die Map, die kann ich gar nicht leiden. Das ist richtig Katastrophe. Das ist richtig übel, Alter. Verkack ich aber auch jedes Mal. Nein! Nein! Es ist Günther! Ich bin mal geholen. Ich brauche ihn. Okay. Ich glaube... Ich glaube fast, ähm... Der wartet nur. Der wartet nur! Mh! Ich kann mich nicht weiter aufholen. Ich brauche Hilfe. Er tötet mich. Ich brauche Hilfe, Leute. Ja, ich bin dead, Alter. Das ist halt, ich bin Loops, Alter. Was soll ich dir sagen? Schwierige Map. Ich habe 20 Leute vom Haken geholt, Alter. Ja, ja, ja. Ich habe anderthalb Generatoren gemacht. Roundabout. Nee, warte mal am Anfang. Und dann da noch. Wir blame einfach die Map, okay? Wir blame einfach die Map. Ja, er entlöntet die Map. Harte Abfuck. Ich entkomme. Oh, nein. Nee! Er nimmt dich einfach. Wiggi, 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 wiggi. Ich glaube, ich glaube fast, dann... Der Haken ist doch besetzt, Bruder. Er findet keinen. Was soll das jetzt? Er wartet, bis du stirbst. Anersto. Mh! Aber wie das du zuguckst, was denn pervers ist. Alter! Kranker Dude. Kranker Typ. Ich habe die andere Richtung. Scheiß drauf. Ey. Psychokiller hat der Fennerlicht, ne? Muss man doch sagen, du. Jep. Scheiße. War nicht so gut. Die Map war kacke. Ja, komm, komm. Wir blameen die Map. Wir bleiben auf die Map. Alles zu Spaß. Und Alex. Wir blame Alex auch. Wieso? Hallo, hallo, hallo. Ich habe sehr fleißig die Generation gemacht. Äh, ja. Objective. Und, und, und euch geholfen, Dinge zu tun. Ähm, ja. Zweifel ist. Nein, doch, 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 doch. Es ist, äh... Ja, aber ich muss sagen, also hier. Toolkit. Mh, mh. Sehe ich nicht. Toolbox, Entschuldigung. Hast du den Bauchkart gar nicht gefühlt, Alter? Nee, das ist, ich moch. Also? Der ist auch nicht krassend. Der ist es. Das Mad-Kit oder nach Hause gehen, ja. So, ich shoppe einfach mal weiter. 16. Ähm... Bei Zusätze kannst du so eine Schere nehmen. Erhöht die Heidungsgeschwindigkeit um 15%. Ja, 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 ja. Klingt nach etwas, was für dich gemacht ist. Nadel und Faden. Increased the chance of tricking. Skill check by 10%. Okay. Okay. Noch mehr Charges? Wunsch. Äh... 24 Charges. A full healer requires 16 Charges. I see. Na gut, dann nehmen wir erstmal guten Stuff mit hier. Mh... Joa. Dann kaufen wir erstmal jetzt die Dinge. Katzenperk. Aber mit dem konnte ich nur durch die Wand sehen, war das doch, ne? Du stellst Fragen, Bruder. Oh, das Bein-Chill-Sectif-Skill-Trick-Odds-Increased. But the success is unreduced. Oh, boy. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ja, 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 ja. Noch mehr Killer-Detection, Alter. So sieht es aus. Vielleicht, vielleicht nehme ich einfach noch mehr Killer-Detection. Dying-Recovery-Speed. Ja, okay. Mh. Mh. Ist aber auch schwierig. Es gibt hier so viel Zeug zum Auswählen, ne? Äh... Ja, ja, ja. Das macht es einfach nicht... Das ist... Das macht es echt nicht einfach, du. Schwierig, so. Lass das mal mit dem Aufheben 30% schneller. Komm, scheiß drauf, Alter. So, dann werden wir da Punkte ausgegeben, ihr. Self-aware. Aber jetzt bin ich arm. Ja, wir machen einfach mal. Amiku, dafür ist es aber da, ne? Dafür gönnt man sich, ne? Ja, ja. Dieses Luck-Increase ist irgendwas an Loot, was wir nach einer Runde bekommen, oder? Bestimmt damit was zu tun. Natürlich, äh, musst du doch fragen. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Ich dachte, ich dachte hier, äh, ist es, äh... Ne, ne. Du weißt auch immer was. Ich habe absolut keine Ahnung. Alles gut. Oh, was ist das hier? Escape Cake. Hallo? Hallöchen! So, 20. Ey, ich war noch, ich war noch am Einkaufen von Dingen hier. Eieieieieiei. Ich war noch... You walk 10% faster. Gibt es auch einen Run-Perk, dass ich einfach vor dem Killer wegrennen kann? Verständlich nicht. Äh, ja. Doch. Also, es gibt ein paar Sachen, die machen dich schneller. Ah. Kurzzeitig. Ah, dann bist du erschöpft. Und kannst... Ja, ja. Es ist halt nicht dauerhaft. Und dann, und dann wirst du auch gekillt, einfach. Hm, 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 hm. Ja, ab und zu ist so ein Sprint-Bus schon nett. Ich verstehe, verstehe, verstehe hier. Charakter-Info. Oh, time. Eieieieiei. So. Ready. Alex, Alex setzt nicht mehr auf den Knacker, Alter. Was ist da los? Hä? Was? Nun, Moment. Jetzt. Okay. Ja, mal, boh, boh, boh. Doch, doch, doch. Den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich. Difficulty hard. Okay, harten Charakter. Ja, nur so, ne? Nur die harten kommen in den Charakter. Ja, deswegen. Ja, nur so lernt man, ist schon richtig. Ich muss auch mal zeigen, dass man Profis einfach. Respekt zu denken. Erstmal Dead by Daylight und Gönn um mir. Ja, aber so nicht anders. Alex, dann machen wir eigentlich das Mittleren-Coaching in der Mitte. Mittleren-Coaching? Wie, du willst mich coachen? Bist du schon Challenger? Ja, klar. Achso, hast du ja nicht. Ja, Lars hat vorhin ein paar Challenger, wo du musst, ähm, getroffen. Nein, aber wirklich. London, Legends Game. Ich hab doch noch wieder. Talon. Ah, Talon, Digga, Talon war sick. Ah, da, da, okay. Talon war delicious. Ah. Also, Alex, du pickst Talon und dann... Achso, Digga, den, 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 den hab ich gar nicht. Hab ich nicht? Den hab ich nicht. Ich hab vielleicht 40 Charakter, 50? Ich hab dich immer noch als richtig alt. Ich hab mehr. Als richtigen Loilpro im Kopf, weißt du? Nee, nee, nee. Weil du es mir da uns gezeigt hast. Ja, das kann sein, aber... Du musst nicht nur ein Gestrims gewesen sein. Das, das ist doch... Nee, Mann. Nee, nee, ich bin zum Glück, äh... Nee, nee, passt. Ja, nee, ich dachte immer, du wärst richtig krass, aber du bist richtig krass. Nee, nee. Krass. Krass ist Challenger. Alles unter Challenger ist schon nicht mehr krass. Das ist schwierig. Schwierig sein zu kommen. Schwierig, schwierig. Alles ist mit Valorant. Vielleicht siehst du dich ja da auch einfach mal. Digga, nein! Oh, die Map schon wieder. Süß. Ja, die, die ist cool. Ja, die ist, die ist Western... Oh, alle vier da direkt basteln hier. Westernstreifen drehen ist doch immer... Komm mal, aber warum, Mann? Da hinten ist ein Generator. Großartiger Fähigkeitscheck, habt ihr das gehört. Oh, hier ist einfach schon ein Hextotem. Richtig gut. Digga. Der Killer ist gerade an mir... Brennende Totems, die leuchten und so mit Fackeln, bla bla bla, die bringen den Killer ein Bar. Achso. Nein, süß. Können wir die zerstören oder... Wie, kann man nur zu zweit an so ein Ding ran? Nee, also wenn drei sein, wahrscheinlich hier. An denen jetzt da tatsächlich... Boah, dreist. Aber guck mal, hier ist vielleicht noch zwei in der Nähe. Einer ist auf dem Dach. An denen bin ich vorbeigelaufen hier. Alex, es ist ganz gut so, dass hier nur zwei ran können, nicht dass du wieder zwei Checks verkackst. Hallo, 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 die verkacke ich doch nicht. Unwieder. Ach, du bist... Alter, du hast mich so erschreckt. Ich dachte, du bist der Killer, aber nee, das ist deine... Deine Häschenhut. Generatoren, du kennst übrigens daran, wenn du so ein bisschen hoch guckst, dass da so eine Lichtmaste sitzt. Ja, ja, und jetzt... Ja, ja, das stimmt. Die dann anfangen zu leuchten, wenn man es repariert. Was war denn das gerade? Hier hat gerade irgendwas rot geleuchtet bei mir. Ja, ja, was ist denn dieses rote Leuchten am Rand vom Bildschirm? Also dieses Pfeil-ähnliche. Ähm, da ist was passiert. Achso, okay, nur generell. Weil gerade der Jinn explodiert ist. Äh, Killer da geradezu? Ah ja, perfekt. Äh, er schießt mich. Geradezu. Jeet! Oh oh. Oh Gott. Richtig richtig. Nein! Ich war so kurz vor der Palette. Leider keiner Flashlight. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich habe ja gerade gefällt, ne? Er nimmt mich erst mal. Ihr könnt bauen. Ihr könnt alle erst mal bauen. Wir zieht durch. Okay, wir machen es einfach. Wir opfern Alex und... Ja, ist okay, ist okay. As always. So ist es, so ist es, Alter. An der Front hier im Krieg, weißt du, das ist... Okay, ich häng am Haken, er kommt zurück. Er kommt in eure Richtung. Er kommt zurück? Er kommt, ja, ja. Er hat Bock. Er hat Bock. Ich sehe gerade, ja. Er hat richtig Bock. Ja, er kommt, ich sehe, er ist rechts hier. Er macht den Gästen kaputt. Ich glaube, ja. Gefühlt kommt er jetzt zu uns, oder? Wollen wir dann, wollen wir dann hier hinten den zusammenbauen? Wollen wir uns jetzt, glaube ich, um das Totem? Nee, dann... Bleib mal stehen, einfach direkt. Oh, ja, okay. Ich kann mich selber heilen, wenn du willst. Ich habe Mettke dabei. Er kommt in Richtung Zeug, wir gehen. Ja, wir kommen Zeug. Ja, wir kommen Zeug. Da ist es ganz sinnvoll, dass du es alleine machen kannst. Ja, okay. Das ist natürlich wahr. Ja, easy. Das ist halt richtig gut. Nice. Ja, ich habe ihn aus den Augen verloren. Der ist so... Ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz zu dem Gen, machen wir ihn zu Ende. Erst für uns, erst für uns, erst bei uns, bei uns. Komm, lass den Gen zu Ende machen, wo wir eben fahren. Ja, aber ich glaube, der hat den gehauen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist der nicht komplett resettet? Nö. Nö, der geht dann nur langsam runter. Der Killer ist schon in der Nähe. In dieser großen Salon in der Mitte, Gen? Äh, auf der Terrasse oben aufheben. Komm, kein Skillcheck verkacken. Hängen wir gleich am Haken? Ja, ja, ja. Wir können nicht holen zu zweit, wir können nicht holen zu zweit. Nein, nein, nein. Ich ziege ihn durch. Das ist übrigens der Trapper, der kann Fallen legen auf den Boden. Ja, hier ist eine zwischen so zwei... Digga, du hast mich nicht gesehen. Digga, du hast mich nicht gesehen. Hat das Fallenlegen eine Animation? Lauf immer durch die Palette durch, immer durch die... Nee, da ist eine Falle, da ist eine Falle unten. Achso. Achso, scheiße, okay. I-Frames sowieso gibt es nicht. Oh, der Killer ist hinter dir. Ja, oh, nice one. Schön, dass dann keiner... Lass mich ruhig liegen, lass mich ruhig liegen. Ist okay. Er nimmt mich wieder. Na, na, guck. Na, er nimmt mich. Er will dich baiten, er will dich baiten, Bruder. Er will dich baiten. Ist okay. Ja, ich habe leider keine Taschenabbel. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich mache mich gleich ins Game rein und helfe euch. Ich mache noch den Genniel fertig. Mach ruhig, ja, ja, mach ruhig. Er spielt mit mir, ist alles cool. Ist alles gut. Oh, ich hänge wieder ein bisschen... Ich hänge wieder ein bisschen ab. Ah, ja, jetzt hier. Komm, Minispiel. Ich habe Bock drauf. Oh, Gott. Oh, scheiße. Den Gen haben wir zu Ende gemacht. Der ist hinter mir, der Killer. Er kommt da in die Richtung von einem von euch. Ja, ja. Hat mich nicht gesehen. Oh, sweet. Ja, frag mal, wenn er in den Salon hier reinkommt. Wir haben ihn nicht mehr im Blick. Goddammit. Achso, warte. Warte, komm mal hier. Komm mal hier hin. Hier müsste ich schneller sein mit dem Heilen. Rechts, weil du im Gebüsch bist. Achso, deinem Totem. Dein Totem, ja. Soll ich Mikro holen? Nee, lass mich holen, weil ich hang noch nicht einmal. Dann gehe ich nach hinten zum Anleitgenerator. Er ist in den Stuhl rein. Er ist in den Haus rein, wo ich gerade den Gang gemacht habe. Wolltest du ihn runter? Okay, dann habe ich jetzt eigentlich Zeit. Hab ich Zeit, hab ich Zeit. Folg mir mal, folg mir mal kurz. Komm mal hier. Machen wir hier auf der Treppe. Ah, nee, warte, er kommt. Oder? Er kommt. Lauf hier, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Dreh dich um, dreh dich um. Oh, lol. Lauf woanders weg. Ich block hier. Reparieren, reparieren, reparieren. Ah, der Gang hier ist fertig, lol. Das ist der letzte Generator. Sprinte, 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 Sprinte. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben, Bruder. Generator am Drittel. Du kannst dich jetzt heilen. Mach dir den Generator, ich hole. Naja, ich bin dran am Generator. Bei der Hel... Fast bei der Hel... Er sieht dich gleich, er sieht dich da gleich, ja. Was? Nein, nein, nein. Echt? Ah, nee, okay, er läuft woanders hin. Ist gut. Jesus. Warum hat er mich aber jetzt gesehen? Ich mach dann schon das... Nicht runterhüpfen, nicht runterhüpfen! Achso. Oh, na, jetzt habe ich... Ist egal, ist egal, ist egal. Kann man regeln? Ich würde mich jetzt nur übersteigen. Nein, der kommt. Boah, der kommt jetzt nicht. Komm schon. Da guckt man überall hin und dann aber nicht auf die... Ah, ha, ha, ha. Ah, okay. Ist ja, jeder Pixel wird gescannt und man verliert das... Er ist schon aufbaut. Er ist aus den Augen, ey. Ah, jetzt läuft er weg. Er lässt mich einfach erholen. Ich glaube, er weiß nicht, wo ich bin. Er wird bestimmt zu mir, der Sausack. Aber er hat mich... Bitte nicht. Sag mal. Komm, guck dir mal hin. Mach dein Herz noch. Also ich brauche Hilfe. Generator ist durch! Bleib mal stehen. Hier, ich bin genau bei dir. Kannst du mich heilen? Killer! Oder? Ne. Achso. Ja, ja, ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Da hinten ist das Tor. Wenn ihr ein brennendes Totem seht, zerstört es bitte. Das ist das, was er one-hitted jetzt. Dauerhaft. Warbex am Haken. Ist okay, er ist noch genau vor mir. Genau vor mir. Aber hier ist noch Falle auf jeden Fall. Okay. Miko macht gleich... Das ist natürlich smart. Okay. Ich mache das Gate schon mal auf. Also, nicht auf, auf, aber die 99 oder was. Was hat er gesagt? Ja, ja, ja. Warte, naja, hab gesehen. Okay, Miko, er schastet jetzt Miko. Nicht da lang, nicht da lang. Ah, okay. Der macht so ein Lärm, das Ding? Scheiße. Was ist denn da? Ich warte, das ist schon echt nett. Okay, Gate so gut wie offen. Er kämmt jetzt hier die ganze Zeit. Er steht oben auf den beiden Gänden drauf und kämmt. Ja, scheiße. Das Hextotem muss zerstört werden. Naja, der hat so ein bisschen Zeit. Bei mir spawnen jetzt stacheln. Wo ist denn der Killer jetzt hier genau? Er steht genau neben mir. Achso, neben dir. Okay. Und der, der da am Boden liegt, kann der zu mir kommen ins Haus? Ich versuche gerade wegzuhaben. Ich kämpfe jetzt. Genau, genau. Ja, wir können dich halt nicht holen, Lars, weil wenn er da wirklich Schade scramt, wir sind One-Hit. Ja, er chillt da. Oh, genau. Miko, komm rum. Der Killer bock. Mach mal safe. Komm mal bis um die Ecke. Komm mal bis um die Ecke. Ja, ja. Ja, klar. Er ist ja immer noch, als er so ein normaler. Nice. Okay. Ja, Borrowtime, du musst den Schlag hitten. Du musst den Schlag nehmen. Du musst den Schlag nehmen. Der Killer ist hier. Der kommt. Miko. Gut, Lars. Gut, 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 gut. Warte, der hat mich. Rennen zum Aus... Also, er schießt mich. Ausgang aufmachen? Schmutz. Oh, nö. Ich bin in eine Falle reingerannt. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Sollen wir dich holen? Können wir dich holen? Können wir mich... Ah, du müsstest totempfinden halt. Wenn ich Glück habe, sieht er keinen Haken. Ja, er sieht keinen Haken. Aber ich bin direkt dahinter. Ist alles cool. Weißt du, wenn er da jetzt nicht campt unbedingt? Ja, gut, cam. Jetzt, 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 jetzt. Und dann gehen wir einfach. Ich laufe. Komm. Okay, rennt. Das ist doch doof, Brett. Was? Gate open. Lauft, Leute, läuft. Hier, komm, Lars, ich heil dich nochmal. Ja, ich sterbe, glaube ich. Wo bist du gerade? Ach da. Ich bin down. Obwohl, ja. Renn weg, renn weg. Du bist one-hit. Du bist one-hit. Renn, 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 renn. Krabbel, krabbel zum Ausgang. Kannst du zu mir? Äh, nein. Schatz. Hm. Ja, ich habe vergessen, dass der one-hit ist. Das ist der one-hit. Hit it. Ah, komm, 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 komm. Könnt ihr jetzt kurz baiten? Ah, oh, da ist man da. Ich glaube, das ist der one-hit. Okay, da, da ist man raus. Ah, ja, okay. Na ja, Alex, die beiden Heroes halt wieder, ne? Es wurden Opfer gebracht. Oh, Mann. Ne, Jungs, aber war schwierig, weil, weil, wenn der, wenn der, wenn der one-hit it, hm. Ich habe das heute mal auch nicht gefunden, Alter. Aber gute Runde. Gute Runde, muss man sagen. Ein Träumchen. Achso, äh, Jungs, machen wir noch eine private Lobby auf? Ein bisschen, ein bisschen Killer-Action, weil ich hab, ich hab Bock, euch mal abzu... Ich meine, ähm... Oder ein Föbeln, dann einfach so. Okay. Okay, oder, also, ich mach Leave Party. Äh, Custom Game. Ich muss ja auch mal hier den Leuten zeigen, wie es aussieht, wenn man Killer ist, ne? Ähm. Jetzt kann ich ein Line landen. Lass einfach alle Jungs zur Taschenlampe nehmen und die durchgehen Flaschen. Leider hast du. Oh, ja. Ach, komm, ach, komm. Tänk gut. Ich bin eigentlich dafür. Aber Alex, du musst dich da muten, oder so, ne? Oder uns muten. Aber nee, das macht keinen Sinn. Äh, ne, ne, passt schon, passt schon. Hm. Wir müssen halt nicht absprechen. Also, soll ich dir die, ähm, ekligen OP-Perks sagen? Ja, sowieso, Bruder. Immer. Barbecue... Barbecue und Chili. Barbecue und Chili? Äh, ja. Bambooze? Hab ich die vielleicht? Hast du. Oh, okay. Du hast sechs Seiten. Oh, ja, okay. Aber... Bambooze? Achso, da war, ja. Die diepe, älte, 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 älte. Da war's. Survivor, all of the survivors' auras are revealed. Oh, boy. Ja, ja. Wenn du jemanden huckst, an, also, aufhängst, siehst du für vier Sekunden... Und sich die anderen, Alter. ...alle Gegenden, also alle von uns. Ist halt übelst OP. Ähm. Aufhin tippst du eben, das bist du für einer. Witz! Soll er Spaß haben, warte, guck mal, guck mal, guck zu meiner. Soll nicht ganz übel werden für mich. Äh, warte, was ist noch so ein schlampiger, schlechter hab ich drin? Das ist so ein Schwein, ich hab's halt nur auf Deutsch. Ja. Bloodhound. So ein Schweinekopf wie von Saw, dieses Schwein ist das. Ja. Was macht das? Nee, das ist das nicht. Das ist das nicht, okay. Klick mal weiter, eine Seite. Zwei von sechs auch nicht. Nee, klick weiter. Hm. Auch nicht. Oh, jetzt ist's gut. Nee, klick weiter. Vier von sechs. Ach, sag mal, wie viel gibt's denn hier eigentlich? Holy shit. Klick weiter. So, fünf von sechs. Da unten ist es, in der Mitte. Unten, letzte Reihe. Ach, da, ja. Sloppy Botcher. Hm. No way to hit, wenn du blieb, wohnst und fickt passend. Okay, was so. Ähm, ach so, das ist das, wenn du einen anhittest, blutet der mehr, du siehst Blutspuren besser, weil mehr Blut verloren wird. Dann kann ich ihn einfach verfolgen, ja. Und man braucht länger, ähm, um sich zu heilen. Also mehr Zeit für dich, ähm, um es zu finden und zu töten. Ähm, dann hab ich halt... Klingt gut, klingt gut. Mit dem Traver spiel ich halt nicht. Ich hab halt noch Blut. Das muss ich mitnehmen. Nee, nee, das ist hier, äh, Basic Attack, äh, Cooldown Reduction. Weil ich seh sonst, wie ich daneben haue und dann, und dann geht der einfach. Ah ja. Fühl ich, fühl ich irgendwie, ne. Gut. Äh, so. Das erste ist irgendwie Nurse oder sowas, hast du da das Auge, ne? Mhm. Hof der Krankenschwester. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, dass ihr euch verhält, kann ich das, äh, also, ich kann sehen, dass... Du siehst, sie haben ja Zeit. Genau, genau, so. Ähm. So, äh, ja gut. Seid ihr alle... Nee, warte mal. Äh, Koma-Keks. Ich hab dich noch nicht bei Steam. Äh, kannst du über... Ich hab mich überlasten gerade. So, dann, jetzt guck ich mal, kann ich dich... Friend-Request. Easy! Und Dome ablehnen. Hallo, hallo, hallo. Das war Blocken. Gering verdienen, ja. Eiskalt, eiskalt. So. So, ja, da bin ich mal gespannt. Ob ich es schaffe, euch abzuschlachten, ähm. Oh, lustig. Wichtig ist für die Survivor, nehmt alle versteinertes Eichenholz mit. Was ist das? Das ist so ein Holzstück bei Opfergabe. So ein... Vergabe, versteinertes Holzstück. So, ich weiß. Das ist ganz oben. Genau, ein lila. Hm. Petrified Oak, okay, ja. Entfernt, also erhöht die Entfernung zwischen den Haken. Mehr Zeit zum Wiggeln. Hm, sehr gut. Das ist eine lustige Runde. So, Leute, da habt ihr die Taschen immer dabei und wir blenden die. Hab ich gesehen, Alter, drei Taschen ab mir. Hallo, so was mein Lieber. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Guter. Träumchen. So. Ja, mein Guter, wir hatten gerade mehrere Runden, wo wir zu viert in einem Team waren. Jetzt bin ich mal der Killer und versuche mal, die anderen zu handeln. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Hm, 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 hm. Map konnten wir jetzt nicht aussuchen, oder? Das war jetzt einfach something, something. Ja, genau. Können wir nicht aussuchen. Man könnte eine Opfergabe reinmachen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, auf irgendeiner Map zu spawnen. Aber, ja, gut. Kann man. Ja. Oder wenn nicht die scheiß Polizeistazion kommt. Jetzt kommt die bestimmt. Hast du es gedinkst? Ja, sag ich. Boah, nee, ja, das ist einfach eine Farm. Das ist eine gute Map. Eieieiei, okay. Das ist eine gute Map, sagst du? Für dich oder für mich? Ja, die hat jetzt vier Generatoren. Um mal zu machen. Okay. Gut ist, dass ich jetzt Lars-Kalm raus. Das scheiden kann von Alex. Oh, jetzt spielt ein Alex als Killershop. Den Trapper. Ah ja. Ah, klar. Töre hier doch. Oder war das nur das Feuer? Feuer. Feuer klingt wie Schatte. Okay. Ja, das ist... Ich dachte auch gerade irgendwie... Läuft über Blätter oder so'n Scheiß? So, machen wir mal hier. So. War das? Ich gönne mir mal. Wieder ist er. Da ist er. Na, was? Was? Da ist er. Warte mal, warte mal. Ich bin wieder Alex. Wo bist du denn? Wo bist du denn, mein Süßener? Das soll nicht so mit Alex spielen gehen. Jo, 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 jo. Wollen wir? Wollen wir ein bisschen zusammen spielen? Ich habe hier meinen neuen Baseball... Ach, hello there. Jetzt ist er weggerannt. Wo bist du denn? Ah, no. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Ich krieg dich, Bruder. Ey. Ja, und dann hier flashen. Oh, Alter. Aber was für ein Effekt. Jo. Einfach blinden, Alter. Was? What the fuck, man. Das nennt man Strahlung, Alex. Ja, ja, Strahlung. Das ist die Definition von Strahlung. Blindet beide Light, Bruder, hier. Kennst du noch? Kennst du noch? Das ist genau das, Alter. Hallöchen. Oh, nee. Das war fail. Ich krieg dich, Bruder. Ich krieg dich. Oh. Oh, und wieder Blätten. Alter, Alter. Du bist ein Typ. Warte mal, machen wir mal so. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich muss nicht ziehen. Ich kann eure Angst schmecken. Ja, und das hab ich halt davor mit dem in der ersten Runde mit diesen Legion-Ladien-Gegner hab ich das vier, fünf Mal gemacht hintereinander. Und dann hat er mich irgendwann enthoben lassen. Ja, natürlich, Alter. Das kann ich verstehen, du. Das kann ich verstehen. So, ich will alle mal wieder aufmachen. Oh, Alex, du bist so kacke. Ja, naja, klar. Das ist die erste Runde Killer, Bruder. Also. Oh, Alex. Wenn du, wenn du die Maustaste übrigens, die linke Maustaste gedrückt hältst beim Schlagen, dann machst du so einen kleinen Sprung. Ah, das ist gut so. Also gehst du so ein bisschen weiter. Kannst du es dir mal spaßenshalber ausprobieren? Hm, kann ich gerade. Warum kann ich diese Fallen entschärfen? Ja, geduckt hingehen und warten, bis Maustaste dasteht. Alex, du bist gerade übrigens einfach zwei Manü vorbeigelaufen, ne? Ich stand genau neben dir. Echt? Äh. Oh, kann ich das einfach kaputt machen? Weiß ich nicht. Also ich hab noch nie Killer gespielt. Ähm. Eigentlich kannst du es irgendwie machen. Ach da, ja. Mit Letters. Snuff Totem. Äh? Ah. Oh, okay. I see. So läuft das hier. Willst du die Traps aus dem Boden? Nein. Dann wäre ja sinnlos. Also du siehst sie schon. Musst halt, ähm, auch. Das rechtzeitig erkennen, ne? Ja, das war meine Frage. Ja, die sind nicht unsichtbar. Ne, ne, die liegen richtig als schöne Verrostete, ne? Damit auch hier Systeme... Dann hab ich vielleicht mal die Falle kaputt gemacht, die du eben bei meinen Gen auch gestellt hast. Hallo, hallo, hallo. Also wirklich. So, den erstmal wieder kaputt machen. Hä, wieso bin ich reingelaufen, Alter? Weiß ich nicht, Digga. Verletzt doch einmal. Okay, Falle setzen? Das kann sein, ja. Ja. Doch, doch, doch. Aber Jungs, das ist ja hier. Was haltet ihr davon? Ich renne jetzt Alex einfach hinterher und, ähm... Und beim Wurzelst du mich ein bisschen? Hallo, hallo, hallo. Vor allem so viele... Komm. Ich hab, ich hab eine Falle, die ich legen kann. Der Rest liegt schon auf der Karte. Die kann ich dann so aktivieren, quasi. Äh, die sind aber nicht, genau. Die sind noch nicht aktiviert. Weil du hast jetzt auch keine Falle mehr im Pocket. Kannst du halt auch aufheben. Ja, ja. Dann... Ist natürlich ein bisschen bad, ja. Kannst du auch selber in die Fallen reinlaufen. Was, echt? Ja. Ah. Okay, das ist ja dumm. Aber er macht sie sofort wieder ready, der Kollege. Immerhin. Immerhin. Du musst halt aufpassen, wenn du jemanden hochhebst. Ja, ja, irgendeiner von euch lüft hier rum, Alter. Na, wer wohl. Lars, ja, sie ist ja am rumlurchen. Ich bin doch auf den Spaß meines Lebens. Na, aber... Echt, zwei Generatoren nur noch. Uh, da hinten. Naja. Ich defuse, dass man seine Trap dir eben hier am Gap gestellt hat. Echt? Wage uns dir! Junge! Oh. Ich höre dich aber so ein bisschen. Nicht? Du musst immer zwischen den Generatoren hin und her packen. Hin und her, ja. Sonst siehst du uns nicht. Das läuft doch nicht. Und Lars, der einfach meine Fallen ganz dreist kaputt macht hier. Schrecklich. Ein Generator noch. Okay, und drei Schnürfte gerade. Digga. Hier wieder. Ja, 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 ja. Oh. Oh ja. Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Kann ich dich eigentlich jetzt hier so am Boden töten? Oder wie läuft das? Äh, nee. Oh, das ist immer nur mit Haken. Oh. Nee, also du musst dreimal aufhaken, um ihn zu töten. Rein, wenn du eine Opfergabe drin hast. Ich glaube, ich habe eine drin. Kannst du ihn halt, wenn er zweimal, also Todesstatus 2 erreicht hat. Ey, yo, Alex. Das hat so Spaß gemacht, deine ganze Zeit. Oh, meinst du mich? Was ist über das? Warte mal, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ja? Wie, was meinst du jetzt, hä? Ja, weiß ich nicht. Das Zeichen, okay, du bist am Haken. Ja, okay. Man kann dich noch retten. Ja, ja. Könnte man. Hm. Ah, da kommen sie alle raus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein! No! Du darfst halt, du kannst das blockieren, indem du hoch oder runter guckst. Oh, den tippst du, okay. Okay, das ist praktisch, das ist praktisch. Ja, aber erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal. Ach, Alex, der Hade. Ja, das ist der Hade, 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 Hade. Ich hab dich, mein Junge. Ah, 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 no, no. Gott, der bitte. Es ist, es ist cool gemacht, muss man sagen. Bist du jetzt einfach runter von mir? Ja, weil ich es nicht geblendet habe. Ach so. Nee, 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 nee. Nee. Nein. Ich geb dir jetzt auch den Perk, ähm, damit du das verhindern kannst. Okay, warte, warte. Lass, lass uns nicht snacken, lass uns nicht snacken, alter. EINWINGS! Was war denn das für ein Kommandoneif, alter? Geiler Scheiß. Okay, so. Nein, 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 nein. Machen wir nicht Scheiße, warum hat er aufgenommen, was zu rennen? Kann ich dich hier an denselben Haken nochmal hängen? Ja, kann ich Sauber, Digga Okay Bin ich gerade einer von... Ey, ey, ey Dreist Ganz dreist So, ja, ja, ja Ja, wenn ich jetzt noch eine Falle hätte Wenn ich die nicht so gewastet hätte, Digga Dann würdest du jetzt zum Ausgang laufen Ach, Quatsch, ach, Quatsch Zum Ausgang, nein, 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 nein Ich isse mich jetzt Oh Renn da einfach raus Nein Du bist nicht down gegangen Mh Bitter Ja, okay Da krieg ich dich nicht mehr, ne Ah, da ist es vorbei Mh Ist nur noch dumm hier Ja, okay Wie halte ich jetzt hier? Die Traps Traps musst du dich aufheben, um meine zu bekommen Das ist natürlich ein bisschen Oh, ich hab's noch Portbank Mh Schau Ist jetzt mal egal Okay, cool Ah, wo bist du, wo bist du? Ah Nene, ne, ne, ne Oh, oh mein Gott Nein Okay Jesus Das Häschen ist schnell Warte mal, kann ich dich jetzt So Lauf ich so komisch, weil du wiggelst? Ja Ah Okay Ja, ja, ja Hart anstrengend Okay, warte, komm Ein, ein Kill gönne ich mir jetzt hier, aber Nope, nope, nope Oder auch nicht Da rennt er, da rennt er Ich krieg dich nicht Nein Oh, es sind die Messer, die ich werfen kann Kann ich doch nicht Unlucky Nein GG, Jungs Keine Chance Nice Oh Brutal Killer Naja, ich weiß ja nicht Naja Sacrifice Hunter Finding, chasing, catching Naja Was hast du denn noch für Killer? Welcher Killer hat man standardmäßig freigeschaltet? Weiß ich gerade, leider nicht Ich müsste, ich müsste mal gucken Ich müsste mal gucken Ähm Trapper, den Hillbilly Ist natürlich schade, dass ich den so von hinten sehe Achso Der hat eine Klippensäge Klick mal links oben, hast du so ein Viereck Ah, Killers Ah ja, okay Also ich hab den Trapper, den Hillbilly, the Nurse und the Huntress Ah, die Huntress kann Exe werfen Da gibt's auch eine Auch, das ist cool Ähm The Nurse Die Nurse, die kann sich teleportieren Bist du zweimal Aber nach dem Teleport bist du halt kurz gestunt Das heißt, du musst da ziemlich schnell sein Du musst dann getreffen, ja Also es ist ein bisschen schwer zu spielen Der Hillbilly Alter, die Twins Oh Junge Es gibt ganz schön viele Killer Ja An die Twins Die Twins, die hab ich im Heno Video gesehen Auch Miko, oder? Ja, ja, ja Sch-sch-sch-stärkzig Sch-sch-sch-sch-stärkzig Stärkzig Das war ne Nummer, Alter Nee, ich würd' mal die Huntress ausprobieren Aber du musst jetzt auch deine Perks wieder einsetzen Ja Champion Das ist natürlich Okay. Kriegen wir einen, kriegen wir einen. Mit dem Heilen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Warte mal. Was macht der jetzt nochmal? Genau, das ist gut, wenn ich die Leute treffe. Das ist ein guter Perk. Missed Attacks. Ja, auch Leute treffen ist echt hart, Alter. Das muss ich auch sagen. Blink Tremors. Oh, das könnte ich nochmal. Einfach mal rumprobieren, ne? Einfach mal machen. Rushed Action. So, wollen wir mal Gen Rush machen? Oh, dann machen wir das nicht immer, Gen Rush. Ich wollte gerade sagen, das war gerade schon eine ziemlich schnelle Runde. Ja, sehr. Geht noch schneller. Hier, Head. Mit den richtigen Perks. Ja, gut, das ist natürlich... ...klarer sein. So, wenn ich keine Headges mehr habe, decrease Heads, throw Kudon. Aha. Äh... Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Was sie so kann. Attribute, groß. Wollen wir mal machen? Mal ausprobieren. So. Ansonsten ist eigentlich egal, je nach was ich auswähle. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kann auch gerne mal das, äh... ...die, die, die Police Station bekommen. Lass ich eine Chance haben, dann wissen wir, ist klar. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ah, wieder hier, die Distanz. Stackt das eigentlich, wenn ihr alle drei das macht? Ja. Oh. Das ist okay. Ja. Da muss ich erst mal eine Weile laufen, du. Da muss ich erst mal eine Weile laufen. Und wenn man dann noch Perks reinnimmt, die das Wiggeln verschnellern und, ähm... ...drum und dran und die sabotiert, dann schaffst du es halt nie zum Haken. Nee. Auch schon als mal gemacht. Bist du deswegen so schnell rausgekommen? Ich hatte einen Perk drin, was Wiggeln erhöht, ja. Okay. Ich dachte mir schon, Alter, auch dieses Links- und Rechts-Strafen, das ist ja... Übel, Alter. Okay, throw hatchet. Alter, sie summt, während sie hier durch die Gegend läuft. Kann ich rennen? Nee, kann ich nicht. Okay, auf alles achten. Sauge es alles ein. Und dann von Generator zu Generator. Hallo da! Äh. Okay. What the fuck? Nein, Miko, nein, 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 nein. Nein, Miko, nein, nein, nein. Wie lebst du noch? Hab ich dich nicht... Nein, 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 nein. Hat schon das leer? Nein, nein, nein. So, komm mal her, hier. Umzuhacken. Ich, ich, ich nehm dich jetzt, Keule, und dann, und dann gehen wir erst mal. Okay. Guck mal, wir gehen... Hier, 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 ja, ja, Seegang ein bisschen, links, rechts. Guck mal, hier machen wir mal. So häng ich dich mal auf. Das stimmt nicht. Alter, Alex, der Böller eben war krass, oder? Ja, was ging denn da bei euch ab, Alter? Das ist auch mein Böller. Richtig nice, Scheiße. So. Hinten. Ja. So wollt ihr hier spielen. Mhm, 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 mhm. Konntet ihr den Böller einfach legen, oder war das eine aktive... Damn, ich wusste es. Okay, okay, komm. Oh, Alex, du bist so gut. Nee, Mann. So, erstmal hier so den machen. Ja, ja, ja. Ich komm da nicht raus. Dann hier Hedges nehmen. Kann ich mehr als eine nehmen, eigentlich? Was? Achste? Ja, Echste. Echste, glaube ich. Fünf Echste? Achso, nee, du hast Perk drin, anscheinend, dass du, wenn du eine Axt triffst, one-hittest. Ah. Dann hast du nur eine Axt. Ich verstehe, ich verstehe. Boah, die haben immer zu. Jo, jo, jo. Äh, ja, entschuldige, ansonsten? Bist du es? Hallo, hallo, hallo. Sage mal. Keule. Ach, Mann. Nein, 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 nein. Warte mal, bis jetzt... Achso, da bist du. Okay. Jesus. So, jetzt nehme ich dich und dann... Alter, einen Generator habt ihr ja schon, ne? Übel. Ah. Warte mal, kann ich dich ablegen? Nee, kann ich nicht, ne? Huch. Huch. Bist du mir jetzt von der Schulter gefallen? Wie ist denn das alles? Kannst du ihn ablegen. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Mann, kannst du mal aufhören? Du bist so ein Noob, Alter. Die anderen Kinder machen das nie. Was denn? Was denn? Wo ich kämpfe? Naja. Ich muss ja auch, weißt du? Mein Ziel ist, einen Kill wenigstens hier zu holen. Gewinn? Schwierig. Aber warum ist es immer auf mich? Das ist die zweite Runde. Das ist einfach an. Ich sehe dich und dann nehme ich dich, verstehst du? Ach, ist gegen den Malbo, Mann. Nee, nee, nee. So, da hinten. Kann ich irgendwo den Status der Generatoren sehen? Nicht wirklich, wahr? Äh, links? Nee, also, ja, das ist ja gesamt, was abgeht, aber... Ach so, je nachdem, wie viele Zylinder am Arbeiten sind. Ja, okay. Oder Kolben. Also, wenn ich so hingehe. Genau. Jetzt möchte ich natürlich gucken. Der Lasi hier. Oh. Oh. Wie lange bleiben diese Spuren vom Rennen? Ah ja. Ah ja, okay. Okay. Warte mal. Kann ich dich am Boden auch abwerfen? Nö. Da liegt der schon. Ja, ich dachte vielleicht nochmal, weißt du, wenn... Wenn er schon liegt, nochmal nachtreten, aber nee, nee. Jetzt die Frage. Nee, Lasi hängt da hinten noch am Haken. Oder hängst du noch? Ja. Hm. Okay. Jetzt müssen wir jetzt mal weitergehen. Goddammit. Zwei General... Ey, 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 ey. Gehst einfach, du Sau. Ey, ey. Na warte, du. Na warte. Ich komme gleich. Ich hole mir mal eine neue Axt. Eventuell. Ich bräuchte es auch gar nicht. Hallo, Miko. Hallo, Alec. Komm mal ran hier. Ah. Hm. Okay. Jetzt nehme ich dich. Häng dich hier mal ganz kurz auf. So, so, hier, komm. Schnapp mal ein bisschen frische Luft. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Axtchen hier. Im Nachhinein muss ich sagen, die Nummer mit dem One-Shotten war nicht so smart von mir. Bin ich ehrlich. Das hätte ich anders besser machen können. Also, nö mit diesem Perk. Was triffst denn? Ja, ja, äh, ich dachte, ich kriege irgendwas wie ein Fadenkreuz oder so, aber es ist ja einfach wahrscheinlich so irgendwo in der Mitte, wirfst du den. Ja, genau. Äh, es ist, es ist, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen, ein bisschen räudig. Ja, und die, die auf deiner Schulter sind, die kannst du übrigens mit Taste R, ähm, fallen lassen wieder. Ah ja, okay. Was ist hier los? Jungs, kommt. Was? Nein, ich komm doch nicht. Oh, verdammt! Okay, schade. Da dachte ich, ich treffe mal, aber ich treffe nicht, nein. Hallo, Miko! Hallo, warte. Ich habe gehört, ob ich da mal ein bisschen abhängen, mein Junge. Habe ich das Schwein geschlagen? Wow. Wow. Oh, Kill. Nice. Ja, na dann. Achsenkopf. So. Das gibt übel Kopfschmerzen am nächsten Tag, du. Oh, boy. Sehr gründlich. Sehr gründlich, die Alter. Jetzt nehme ich mir eine neue. Oh, da hinten am Generator ist Action, sehe ich gerade. Hinten am Generator ist Action. Oder war Action? Oh, da läuft was. Da läuft jemand. Er ist aber auch hier. Ah, da! Nein! So habe ich mich in der ersten Zeit immer verstrickt. Ach so, so machst du das hier. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Ist denn, mein Guter? No. Ah, da passt! Ah, ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Hm. Fool me once, shame on me. Fool me twice. Ist das denn, again, shame on me? Ist das, ist, 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 ist. Alex, shame on me. Hinter dir, Alex. Nee, 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 nicht hinter mir. Nein, 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 darauf falle ich nicht rein. Häng dich jetzt hier auf, Kumpel. Ja, und dann, ähm... Ich müsste da hinten vielleicht mal gucken. Bist du tot? Bist du doch nicht tot? Schon, Junge. Hey. Komm. Kann ich, kann ich es beschleunigen, Neva? Nee. Hm. Wer steht hier und slappt nicht? Nur so zur Info. Ja, ich weiß. Naja, ich muss noch das Häschen finden, was hier rumläuft. Ah, ah, ah. Ah. So ein Mist. Miko ist schon tot. Jaja, Miko ist schon gone. Oder, was heißt schon? Das ist natürlich... Das ist natürlich... Oh, 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 oh. War doch was. Da war doch jemand. Hello there. Na du? Nee. Oh, Sproko. Mann, ja. Ich rumpflexe und kämpf. Naja. Okay, warte. Ich mach das kaputt. Ach, das ist die Kamera dabei. So ein Hut geschaut. Da hinten bist du. Oh, ich krieg dich, mein Junge. Ich krieg dich. Komm, 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 komm. Alter. Ah. Hm. Ach. Die Hand schießt hat keinen Bock mehr. Die Hand schießt hat keinen Bock mehr. Na, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Die Spuren hier. Die Spuren hier. God damn it. Okay, ich blicke hier nicht durch. Okay. Oh, irgendwo soll... Ah, stimmt. Letzter Survivor. Irgendwo ist diese Hedge auch, ne? Scheiße. Ah, das ist bad. Hm. Mist. Ja gut, was mach ich denn jetzt? Gibt's irgendwo Spawn-Locations von dieser Hedge? Kann man sagen, die ist generell irgendwo immer in der Mitte? Oder ist sie am Rand? Random. God damn it. God damn it. God damn it. Ja gut, aber zwei Kills. Da muss ich sagen, das war das, was ich mir erhofft hatte. Ja. Hast du schon mal? Kann man schon mal machen. So. Ich würde sagen, jetzt zum Abschluss. Äh, will einer von euch nochmal der Killer sein hier? In unserer 3er Runde? Ja, let's go. Ich würde einfach... Warte mal. And I start with two Killers. Oh nein, du musst Killer. Also möchtest du Killer sein? Äh, ich möchte Survivor sein. Achso, da ist der Button. Okay. Got it. Na, ist cool. Ist cool, so. Mir ist das egal. Ich kann Killer machen. Ich kann auch Survivor machen. Ich mach jetzt hier... Ich mach jetzt hier den Survivor nochmal. Okay, Spaß machen, Jungs. Schnell eine Runde. Ey, wir geben unser Bestes und dann geht das schon. Wir geben unser Bestes, Jungs. Ja, wir opfern Alex und dann ist okay. Genau. Aber ey, dann müsst ihr auch gewinnen, wenn ihr mich opfert. Okay, verstanden? Das ist... Sonst ist schwierig. Dann fahre ich weiter und dann suche ich die Luke. Ja, 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 ja. Als ob du das schaffen wirst, mein Junge. So, ich bin ready. Nee, 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 nee. Vielleicht überlebt auch Miko am Ende. Weiß er nicht. Wunderschönlich. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Du musst nur an dich glauben, mein Junge. Verstehst du? Nur an dich glauben. Dann wird das schon... Gebe meinen Traum. Genau. Ach, genau das. So, jetzt nehmen wir natürlich das Holz. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher Killer du bist. Ja, ja. Aber du bist nicht dieser K-Pop-Band-Typ, oder? Der die Messer schmeißt. Nee, den hab ich nicht. Michael Myers, Alter. Der war anstrengend, Alter. Wie hieß es, der Dom? Der, ähm, 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 hier, Freddy Trüger. Naja. Uh, Nightmare. Oh, nice. Das ist ein cooler Charakter. Bei denen sind meine Perks schon eingestellt. Oh, nee. Wird lustig, wird lustig. Ich hätte auch die Nerds spielen können. Wird ja gar nicht klargekommen mit dem Zaubern, teleportieren und so. Ist er plötzlich hinter uns und wir verrecken einfach hier. Warum, warum, warum haben wir da eine Uhr? Das ist, weil ihr bald in eine Traumwelt kommt. Ah. Dann hört ihr mich nicht mehr. Der Killer kommt. Nein! Nein, 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 der Killer kommt nicht. What? Oblivious. Fuck. Haben sie diese O-Reset und Dom? Ähm, muss erst einschlafen. Und dann gibt's, ähm, so ein, ähm, so eine Wegstation. Die Musik! What the fuck, man? Und wie, ich muss erst einschlafen? Dir ist klar, ähm, dass man das hört, wenn du schnell in einen Schrank reingehst. Nein, 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 ja, okay. Ja, ja, ich komme raus. Ja, ja, okay. Aber warte mal, ich kann auch langsam in den Schrank reingehen? Yes, wenn du kein Shift drückst. Ah, okay. Also nicht sprintest. Das ist gut zu wissen. Okay, Miko pendle ich erst mal eine Runde. Okay. Nee, ich kann pennen. Nee, nicht pennen, hier, die, die, die Traumwelt nochmal. Was ist er? Er liegt eigentlich da hinter mir. Oh, nee, ne Vulture. Ja. Okay, ihr seid fleißig, Jungs. Okay, Lars ist noch. Miko, du bist der Letzte. Oh, scheiße. Wie ob wir es waren, das Lars, Alter. Ich stehe da unten und du ackerst da unten. Also ich hänge noch. Ich hänge noch, aber ne. Der Wöller funktioniert anders. Ich hab den Wöller, glaube ich, gerade gerastet. Ich bin echt. Du bist da hinten herkommen, ey. Oder zu sterben. Tja. Ich glaube, du bist der nächste, Miko. Hast du gerade verkackt? Man sieht, dass du am Generator losgemerzt hast. Okay. War ne gute Runde? Vielleicht, ja. Ja? Ne, warte mal. Ich kann halt einfach nicht weg. Das ist das so. Ich kann von Generator zu Generator. Aber von der Lüge hat, dann kommt. Das kann ich nicht. Das ist auch schwierig. Tja, und so sterbe ich nun. War toll. Wollen wir noch ne Runde spielen? Ich spiele die Nurse. Die kann ich nicht. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, das ist Aufwärmrunde. Aufwärmrunde. Immer so ein. Kann ich nicht mehr in der Nähe. Gott. Willst du mich nicht nochmal vom Haken runterholen? Also, versuch, versuch dreimal, ähm, dich selbst zu befreien. Ja. Anders kann ich irgendwie nicht mehr retten. Geht schneller. Nach einem Mal, äh, kamen schon hier die Haken. Also, hm. Da kommt drauf an, du, dass, äh, dein Lebensweichen verschwindet nach und nach. Wenn du aufgehangen wirst und instant anfängst, kannst du dreimal. Dann kann ich dreimal. Und, ähm, wenn du halt wartest, irgendwann geht's dann halt. Also, ab der Hälfte gehst du in die zweite Phase über. Und aus der zweiten Phase kommt man nicht mehr raus, oder? Dann ist es vorbei. Nicht mehr alleine. Hm. Hm. Bei der ersten hast du vielleicht Glück, sich selbst zu befreien. Aber ja, ne? Das war, das war ne Runde. Das war ne Runde. Hat, äh, Spaß gemacht. Ja, war ja. Vielleicht nochmal rein da. Aber war gut. War gut. Ja, ich spiele jetzt mal einen Charakter, den ich nicht auf dem Spiele. Ich versuche jetzt mal was anderes hier. Ich mach nur einmal ganz kurz Perks rein. Ja, mach mal. Das ist your Survivor Grade. For the Season. Aha! Asche 3. Und diese Currencies. Okay. Naja, gut. Match Management. Naja. Aha. Nur noch ganz Vanilla spielen hier. Maps Random. Oh, wir können uns eine Map aussuchen. Wie viele Maps gibt's denn hier, Alter? Gibt's irgendeine coole Map? Irgendwas Bestimmtes, was man reinhauen kann? Na, keine Ahnung. Also eigentlich... Eigentlich nicht. Eigentlich random lassen. Gas Haven. Underground Complex. Kingdom of Wrath. In ne Schule. Ja, Mann. Komm, wir gehen in ne Schule, Jungs. Macht's nur noch besser. Nur noch, Säger. Jax. Äh, scheiße. Und dann gucken wir mal. Also einer von uns. Wir sind bereit. Ja, ja, gucken wir mal. Einer von uns muss durchkommen, Jungs. Das ist das Ziel. Einer kommt durch. Oder wir setzen uns ein Zeitlimit. Ist vielleicht realistischer, wa? Als dass wir hier überleben. Fünf Minuten durchhalten. Wird sagen, ich geb uns drei Minuten oder so. Oder zwei oder so. Ich glaube, fünf können wir schon. Sicher? Ja, doch, 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 doch. Ich finde, man muss sich ja, ne, man muss sich steigern hier. Man muss machen, man muss tun. Man kann machen, man kann tun. Okay. Also, Konzentration, Leute. Wir müssen einfach nur Generatoren reparieren. Äh. Oh, und ganz wichtig, nicht sterben. Da hinten ist einer. Ich höre schon unschöne Geräusche. Oh, boy! Ja, ich habe sie gefunden. Meins hat sie hat sich gefunden. Ja, wie du siehst, also. Wow. Ja, gut. Alex, das ist aber auch creepy. Ja, wollte ich, wollte ich. Und dann bin ich ihm direkt in die Arme gelaufen. Das Design ist cool. Das ist einfach eine fliegende, gleitende Nurse mit Pumpkinschäde. Wobei, der Pumpkinschäde ist ein Skin, nehme ich an. Ach, Digga. Aber ja, das ist cool. Jetzt muss ich nur überleben. Ich hebe mich gerade selbst auf, das ist cool. Ich kann, das glaube ich, ist... Ja, du kannst es halt nicht komplett machen. Ach so, echt nicht? Oh. Na ja, gut. Da muss ich wohl noch warten, weil keiner in der Nähe gerade ist, um mich aufzuheben. Das ist natürlich, äh... Lauf, Mikko, lauf, 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 lauf. Voll blöd. Ey, was ist denn das hier? Oh Gott, der kommt. Oh, du heißt mir jetzt mal, danke dir. Aber was ist denn mit den Generatoren los? Warum? Weshalb? Wieso? Cheats, einer durch den Cheats. Ja, also wirklich, also die Hacks sind hier heute echt strunk. Nein! Okay, ich danke dir. Ich bin da hängen geblieben, Dom. Was muss ich denn jetzt... Ach so, wenn so ein Zeug an so einem Generator hängt, können wir den einfach nicht benutzen, oder wie? Genau, das ist so ein Addon gerade. Zwei Minuten könnte das nicht benutzen. Okay, guck, 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 cool. Ja. War hier hinten ein Generatormikrofon da, wo du gekommen bist, wenn er es nicht? Äh... Keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Okay. Also ich würde mal sagen, nee. Ich schau mal nach. Es war einfach ein Fick auf mich gegeben, Dom. Ja. Aber Alex auch. Er ist groß zu wie, ne? Er will, dass es hier ein bisschen geht. Es war ja eben... Vicky. Was ist denn... Junge! Okay, habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe es endlich aus diesem Haus rausgeschafft, Alter. Dinge... Oh, sag das nicht zu laut, sonst weißt du doch, wo du bist. Okay. Warum kommt da Konfetti raus? What? Okay. Ähm... Ja. Wenn wir... Ist die Generatoren nur drin? Äh, nee. Ich bin hier... Äh, ich meine, ja. Ich bin drin an einem Generator. Im Haus. Im Keller. Mhm. Das ist gerade... Das fällt bestimmt nicht auf. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. Sie kommt, sie kommt. Nein. Nein. Der war fast voll. Gott, dammit. Ich habe doch gesagt, der war am Haus. Der Generator. Ah, scheiße. Oh. Yo, lass, was geht ab? Hey. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte es vor mir gesehen, das Borde. Scheiße. Ähm. Yep, nope. Tschüss. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich einer im Haus ist. Okay, ich danke dir. No. Ich wollte Lars treffen. Voll die Breitzeit, einfach voll in die Fresse. Ja, ist okay. Ich, ich, ich... Weißt du? Ich gehe einfach. Okay. Ja, gut, die Blutspur, die ich ziehe, ist natürlich ein bisschen hart, ne? So, Gott, da moves. Die Teleport-Animation, das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht. Muss man sein. Sag mal, wie... Wie viel Blut verliere ich hier denn, Alter? Oh, scheiße. Ist halt echt so, ne? Nein. Schon zehnmal Mausbluten gewesen. Okay. Ich liege in die Busch. Ich meine, ich liege im Wohnzimmer. Vor dem Sofa. Oh, nice, nice. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, ich danke dir, Guder. Ja, doch. Ja, äh, was machen wir mit Larsihase am besten? Ja, das ist gut, klar. Das ist gut, vielleicht. Er kommt. Kommt, der, kommt, der, kommt. Ahm, tschüss. So hat's halt Spaß. Huch. So ein paar Noobs hört sich machen. Ey, aber Noobs best du, sag mal, das ist doch... Da geht man auf bei, da geht man auf bei. Da müsste Lars halt mal langsam... Ja, ich weiß. Sag, wir lassen ihn, lassen ihn sterben. So, lassen wirklich, ich dachte, das wäre eine Finte, okay. Dann sind wir auch Generatorgex. Ey, dann planen wir ihn jetzt sterben zu lassen. Sammy. Äh, so. Also. Herzschlag ist echt übelst laut, Mann. Okay. Okay. Okay, okay. Das war haarig. Oh, das werde ich nicht schaffen. Hm. Gott, damit. Miku, du machst das, du machst das, du regelst das. Ja, ich bin down. Lenk sie ab. Regeln nichts. Lenk sie ab, lenk sie ab, lenk sie ab. Okay, links am Haken. Was ist denn los mit dir? Echt, ich war nie dort. Ich bin rumgesiedelt, Alter. Ja, Miku, tut mir leid, ich muss dich sterben lassen. Äh, ich bin hier am Generator reparieren. Ich bin der Andere. Ich bin der Andere. Ja, mach doch, du Verräter. Ja, mach ich auch. Du sagst der Andere. Generator ist hier fast voll. Hängst du schon zum zweiten Mal, Lars? Jeden Moment. Jeden Moment. Ja, beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal bin ich doch schon ganz weit gewesen. Aber ich kann mich auch nicht nochmal wiederbeleben, alleine, also. Da kommt der Uli. Da kommt der Kumpel. Nein! Goddammit! Jeet! Äh, nee, ein Keller ist doof! Nee, ein Keller ist doof. Ein Keller ist scheiße. Ja, ich weiß nicht, warum ich dachte, das wäre eine gute Idee in einem Keller. Lol, man kann hier in der Gruppe abhängen. Das ist ja auch geil. In der Gruppe einfach abhängen, nice. In der Gruppe einfach abhängen hier. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Komm schon, Bruder! Nein! Scheiße! Oh Gott! Gott! So dumm. Ach was! Das kann jedem passieren. Wir haben ein Problem. Nee, da kannst du. Ja, das ist gonna work. Nein! Nein, 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 nein! Das ist mein Herrscher. Hast du mich schon absichert bekommen? Das ist doof. Ich meine, ich könnte versuchen zu rennen, aber jetzt! Okay, ich gehe einfach. Aber hier ist doch bestimmt noch einer im Keller, oder? Nein, nein, nein. Ich habe gedacht, weil alle so nicht gleichzeitig in den Schrank gegenübergegangen sind. Ah ja. Es ist keiner mehr im Keller. Da ist er! Oh, alle, glaube ich, ich kann fahren. Oh, nee. Was, was, was? Nein! 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 Ja, okay. Aber ich bin der Letzte, wirklich. Miko ist schon raus. Oh, boy. No! Du bist so dumm aus aus deiner Perspektive, Alex. Du bist schäm. Oh, boy. Oh, boy! Wer stört denn hier? Wer stört denn hier rechts von mir? Holy moly. Stört keiner. Nein, hier stört keiner. Du darfst nur einen Test. Irgendwann, ich habe den Gen fertig. Ach, echt? Du hast auch mal was gemacht. Gönn dir! Naja, dann geht's noch zwei und dann ab dafür. Oder du wartest, Miko ist tot. Du kannst jetzt die Hedge suchen. Was soll ich gerade machen? Die Hedge suchen? Ich habe halt keine Ahnung, wo die ist. Ah, du bist in der Schule. Nee, in der Schule bist du tot, Mann. Trust me. Hast du noch nie einen Horrorfilm gesehen? Warum verrätze ich meine Position, Alter? Was? Ich? Nein. Nur weil du immer noch in der Schule bist? Ja, geh ins Klassenzimmer, lass. Ich komme bei dich, Junge, bei dich. Ja, genau, denk dran. Mit dem Rennen denkst du anders. Das mischt nicht, ne? Ich glaube auch, nee. Ich glaube, sowas hat recht. Die fünf Minuten haben wir geschafft, Jungs. Du warst aber auch großzügig. An einer und anderen Stelle. Ich glaube, er hat dich gesehen. Ich sehe hier Blut. Ah! Ja, 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 ja. Jetzt. Da war ganz viel Blut auf dem Boden. Das habe ich gesehen. Dem bin ich befolgt. Ja, mich hat keiner geheilt seit 20 Minuten. Ich kam nicht dazu. Es war vorbei. Hey, geh weg. Ich will nicht, Lohn. Es war einfach vorbei. Vergewaltigung. Vergewaltigung. Widerlich. Ja, war aber eine Runde. War eine Runde. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, Mann. So, dann würde ich sagen, ihr Lieben. War das jetzt erstmal Dead by Daylight? Hehe. Hallo. Was ist das? Ich bin ein Eilkopf.